Es ist seltsam, Gräumgar. Wir haben seit Jahren Frieden und doch fühle ich mich ruhelos. Ich habe die Horde und meinen Sohn und doch fühle ich mich einsam. Euch geht es genauso, nicht wahr? Das sehe ich in euren Augen, wie auch in den Augen vieler anderer Orks. Ich denke, vielleicht haben wir uns auf Azeroth zurechtgefunden, dabei aber vergessen, wer wir Orks sind. Kommt mit, ich möchte diese Sorgen mit einem alten Freund besprechen und hätte euch gern an meiner Seite. Wenn ich an unsere Niederlagen denke, denke ich an das Kuschark. Zweimal jährlich versammelten sich die Clans, aber die Tradition endete mit Draenor. Ich sprach mit Sauerfang darüber, sie weiterzuführen, lange vor dem Vierten Krieg. Wir haben keine Zeit für tote Traditionen, sagt er. Damals hatte er recht. Aber heute ist es anders und wir kriegen ein Portal zum Alltag. Aber vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen. Wow, what a time to be alive, oder? Heiliger. Ja, Drekta wurde eigentlich als sehr, sehr schwach dargestellt mit Kata. Ich glaube, wenn man da im Vorgebirge questet, dann wird er in so einem Rollstuhl rausgeschoben und wirkt sehr gebrochen. Das war, glaube ich, mit der erste Character, den wir in WoW auch in einem Rollstuhl hatten. Und da hat den Orks natürlich jetzt nicht gezeigt, dass er besonders fit und stark ist. Mal sehen, ob auch der jetzt ein neues Erwachen feiert. Ätrik, wir sind mit den Kindern hier, um Drekta zu sehen. Sag hallo, Resee. Uh. Sie ist so schüchtern. Kommt, Drekta und Thrall sind drinnen. Ja, und wo ist der Sohn? Wie hieß der? Durak, glaube ich? Den habt ihr einfach vergessen, oder? Der ist ganz woanders. Und alle haben Hundis. Ah, wie cool. Ich wollte gerade sagen, bei manchen Ork-Clans ist es eher so wie bei Sparta, ne? Wenn du da schwach bist und nicht mehr kämpfst. Kein Grund zur Sorge, junger Durak. Schwierig. Nach eurem Omrigor wird sich euch euer Pfad offenbaren. Bist du nach deinem Omrigor Schamane geworden, Vater? Jo. Ich habe das Omrigor nicht abgeschlossen. Wie hast du dann deinen Pfad erkannt? Damn. Ich, ähm. Ah, Agra und Ätrik. Was führt euch hierher? Ich und meine Quest-Daddy. Drekta, immer noch im Rollstuhl. Drakan, seine Wächterwölfe. Duross dabei. Und der Sohnemann. Wow. Sogar in so einer Frostwolf-artigen Kleidung. Der, die ein bisschen in Bedrängnis, ne? Thrall mit seinem Sohn. Das ist ja ultra cute. Wie hast du deinen Pfad erkannt? Und ich, äh, sagte, ja, Thralls Vergangenheit auch nicht immer etwas, was man seinen Kindern irgendwie erzählen möchte, ja? Sei es die alte Geschichte mit den Internierungslagern, sei es der ganze Bums mit dem Kampf gegen Garrosh, dieser Weg des Schamanen, auf dem er dann nicht nur zum Welten Schamanen wurde, sondern auch unsere Agra kennenlernte. Die Kleine hier versteckt sich hinter Mutti, das ist ja ultra sweet. Bevor wir aber zu denen jetzt kommen, will ich nochmal die Wölfe draußen checken. Das war ja viel zu viel Input grad, Mann. Ich war noch am Überdenken von der Gesamtsituation und auf einmal geht's hier schon los ohne Pause. Holy Hell, Mondpfote, Reala, Frühling und Winter. Aber, oh nein, und sogar die Fellfarben dazu, das ist ja super nice. Und wir können alle davon streicheln. Big, beste Questreihe jetzt schon. Mega, das feier ich ja. Ich find die Größenunterschiede ein bisschen komisch. Ja, das ist so ähnlich wie bei One Piece, ne? Umso mächtiger der Character, umso wilder der auftreten soll, umso größer muss der direkt sein, ne? Das ist auch in WoW manchmal so, das stimmt schon. Ich meine sicherlich auch, dass wenn wir die bekämpfen oder mit denen kämpfen, die ein bisschen rausstechen und die dann als Bosse oder so nicht untergehen im Adgetümmel. Aber auf den ersten Blick wirkt das manchmal seltsam. Gerade wenn wir dann von Kindern reden und die kriegen eine wichtige Rolle und sind dann größer als du, ne? Wenn du einen Gnom spielst, okay, bist du ein Tauren, bisschen weird. Bisschen weird. Kaiko, du Verrückter. Kauf dir was Schönes, hoffe, bin rechtzeitig zu Hause, um zu sehen, wenn du das Geschenk in Bluteuters Briefkasten aufmachst. Ja, da warte ich auf dich. Da warte ich auf dich. Du bist nicht zu Hause und du nähtest jetzt vom Handy spontan 100 Euro oder wie? Du verdammte Legende, Bro. Junge, wie krank, mein Lieber. Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Ich hab noch nichts aufgemacht, ne. Rese wird rot und wendet den Blick ab, als ihr euch nährt. Hallo. Ja, ich bin auch grün, ne? Die sind ja voll Magarmäßig unterwegs. Das muss auch wild sein für Orkkinder, oder? Zeigen dann auch ständig auf die grünen Orks. Warum sind die jetzt grün, Mutti? Belastend. Sagt, was ihr denkt. Es tut gut, euch zu sehen, Gräumgar. Ich hoffe, ihr werdet meinen Kindern ein ebenso guter Freund sein wie mir und Goel. Ah, eigentlich auch. Ist das auch krass, das Stroll? Immer noch Stroll heißt für alle, ne? Also, es gab ja mal eine Phase, wo er sich von all dem letztendlich distanzieren wollte. Aber da er in die Vergangenheit immer wieder einholte, ist er dann vielleicht doch da geblieben, ja? Worte sie nicht gerade Resi ausgesprochen? Resi, ihr müsst nächstes Mal drauf achten. Ich hab's leider schon vergessen vor lauter Input. Aber wir kriegen's hin, etwa. Wir werden's bestimmt nochmal hören. Sonst muss ich diese Quest einfach hundertmal spielen, ja? Bis wir, bis wir das verinnerlicht haben, alle Mann. So wie's sein soll. Okay. Geht mit Ehre. Daddy, es tut gut, euch zu sehen, mein Freund. Wir haben die Kinder hergebracht, damit sie Drekter und die Frostwölfe kennenlernen. Sagt Hallo zu Durak. Er kennt viele, viele Geschichten eurer Errungenschaften. Thrawl hat seinem Kind von uns erzählt. Wie geil. Thrawl grinst. Ihr habt einen Bewunderer. Ah, nice, Mann. Lasst Ehre euch den Weg weisen. Oh, Gräumgar. Ich hab von meinem Vater viel über euch gehört. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Spannend, dass sie ihm größeres Modell hier geben, ne? Durak, my man. Vorsichtig da draußen. Ja, mit eigener Stimme. Ich kann Drekters Wölfe nicht streicheln, aber das sind ja auch Support Dogs, ne? Und wenn Support Dogs arbeiten, dann soll man die ja auch nicht stören. Wie's so ist. Gut, Mr. Drekter. Die Winde sprachen von eurer Ankunft. Oh, ich liebe seine Stimme, Mann. Wir Frostwölfe hatten seit Jahren kaum Besucher. Jetzt kommen so viele und alle auf einmal. Ihr versüßt mir den Tag. Was führt euch und Ettrick her? Ettrick möchte über die Rückkehr des Koschark sprechen. Drekters Ausdruck ändert sich, als würde ihn eine langvergessene Erinnerung einholen. Ich hab diesen Moment voll langem vorhergesehen, Gräumgar. Der heutige Tag wird die Zukunft unseres Volkes bestimmen. Tut einem alten Ork einen Gefallen. Nehmt meine Totems und stellt sie im Raum auf. Die Elemente sollen anwesend sein für das, was kommt. Ah, gucke. Gucke, gucke. Natürlich. Die dürfen nicht fehlen. Mögen die Geister über uns. Ich fürchte, unser Volk hat die alten Wege verlassen. Wir haben die alten Traditionen vor langer Zeit aufgegeben. Ich wünschte, es gäbe wieder das Koschark. Ihr habt recht. Es ist lange her. Zu lange. Viele Orks fühlen sich nicht länger einem Clan verbunden. Darf ich? Wir könnten mehr anbieten als nur ein Treffen. Die Tradition des Omrigor war nie genug. Viele hatten nie die Gelegenheit teilzunehmen. Ich schlage einen neuen Initiationsritus vor. Der die Jagd lehrt. Aber auch ihre Bedeutung für die Orks. Ein Omgora. Einen Ritus der Ehre. Ein Ritus für alle erwachsenen Orks. Auch euch, Goel. Oh. Ja. Ja. Ich habe euch aus einem bestimmten Grund her gebeten. Ihr seid alles, was ein Ork erstreben sollte. Ein Vorbild für andere. Ihr solltet diesen neuen Ritus als erstes abschließen. Wow. Eine Ehre. Aber eine, der ihr euch erst beweisen müsst. Nehmt ihr die Herausforderung an. Seid gewarnt. Ich mag alt sein. Aber ich habe immer noch die Macht der Elemente. Damn. Er zieht gerade genau das durch, was wir am Anfang angeschnitten haben. Wow. Wie cool ist das gemacht. Ich liebe auch diese Vermischung. Das habe ich mir immer gewünscht für Tradiquess Reihen. Von dem Neuen und dem Alten. Thrall verkörpert irgendwie beides. Draka das Neue. Attric das Alte. Und dann eben noch die Kinder dabei. Das sind dann die ganzen Neuen. Die New Kids. Dann stellen wir unsere Totems mal hin. Weil gerade diese schamanistische Bindung ist ja mit das älteste Kulturelle, was die Orks so zu bieten haben. Darum bin ich sehr gespannt, was die jetzt zu sagen haben. Also die Elemente müsste es ja eigentlich freuen, dass wir jetzt hier den Avatar beschwören. Feuer, Erde und Luft und am Ende Wasser. Gut, ich glaube die Reihenfolge im Intro war anders. Aber solange jetzt kein Meteor kommt oder was das war, sind wir glaube ich safe. Boah, Wasser. Neue Phase. Drekta herausfordern oder was? Drekta hat euch eine Herausforderung gestellt. Beweist euren Wert. Das kriege ich hin. Sagt mir, was seht ihr? Attric vertraut auf euch. Beweist ihr euch dieser Ehre als würdig? Klar. Vielleicht sehen wir uns wieder. Erlebt die Macht der Frostwölfe und die Stärke der Elemente. Wow. Oh, er bufft seine Wölfe. Oh, wie die Elementarwölfe vom Shami. Wie cool ist das denn? Attric beschwört keine neuen aus Feuer und Wasser. Er bufft einfach seine. Junge. Aber die töte ich jetzt nicht, oder? Drekta. Okay. Die haben einfach die Schnauze voll dann. Dann gibt es gleich ein paar Leckerlis. Müssen wir uns keinen Kopf machen. Wie geil. Ein unfassbarer Wipe in dieser Quest. Lieb ich. Okay. Elemente hört meinen Ruf. Uuuuh. Zeigt mir eure wahre Stärke. Kurok, bist du's. Ich glaube, ich sollte meine Kicks wieder binden, wa? Die habe ich ja von den Janna-Tries noch draußen. Und dann drehen wir auch mal so ein bisschen auf. Hier, Mr. Drekta. Zack. Oh, der kriegt aber ordentlich. Ordentlich. Defense rein. Dann machen wir erstmal die Totems kaputt. Das ist nämlich auch Stärke. Jetzt zuerst töten, lieber LFR-Spieler. Manchmal ist es wahre Stärke, nicht nur den Boss-AFK umzuroffeln. So. Jetzt sind seine Buffs weg. Und jetzt frisst er auch deutlich mehr. So habe ich mir das vorgestellt. Rums. Schön rein da. Primalistenrat ist nix gegen Drekta. Genau. Ich kann meine Begleiter auch buffen, Kollege. Boom. Das war großartig. Ihr seid in der Tat würdig. Aber diese alten Knochen bringen mich nicht mehr nach Kalimdor. Ein Andor wird über das Kuschark wachen. Oh, no. Wenn ich den Ritus abschließen soll, kann ich nicht, ihr nicht, Agralhan. Yo. Ich. Eure Stärke spricht für sich. Ihr seid mehr als bereit. Scharfseherin. Ein lange, überfälliger Titel. Ich. Ich fühle mich geehrt. Ah, wie schön. Wie schön. Gerade mit Hinblick auf das, was ich davor gesagt habe, dass Agral für das Neue steht. Das erkennt auch Drekta. Obwohl er eine Augenbinde trägt. Manchmal ist es wohl einfach ein Gefühl. Etwas, das in der Luft liegt. Tromka. Es ist also entschieden. Reist mit meiner Familie nach Orgrima und bereitet den Ritus vor. Atric und ich werden die Quans versammeln und euch in Durotha treffen. Hier. Nehmt meinen Ruhestein. Er wird euch zum gebrochenen Hauer bringen. Wow. Dicker Lore-Fakt, wo Thralls Ruhestein gebunden ist. Ich schließe zu euch auf, sobald ich die Clans versammelt habe. Gemeinsam sind wir stark. Jo. Haben wir noch einen coolen Tooltip dabei? Ein Ruhestein, der Thrall gehört. Man sieht dem Stein sein Alter an. Er bringt euch zum gebrochenen Hauer in Orgrima. Großartig. Wo kommt Agra eigentlich her? Die hat Thrall damals bei seiner Schamanen-Ausbildung begleitet. Das war quasi seine Lehrerin, wenn man so möchte. Und dann haben sie sich in Nagrand einfach kennengelernt, oder? Ist auch schon ein bisschen her. Dann gab es ja diese große Questreihe mit ihrer Hochzeit, bilde ich mir ein. Die wir dann auch, ich sag mal, in einem eskalativen Ausmaß hatten. Weil auch da dann irgendwelche Zwielicht- und Todesschwingendienerleine angriffen. Dann mussten wir irgendwie Thrall zerfetzte Seele aus den verschiedensten Elementarebenen holen. Und Agra war immer und überall mit dabei, hat ihm so ein bisschen Kraft gegeben, wenn es nötig war, seine Hand gehalten. Und ihn letztendlich zu dem Org gemacht, der er heute ist. Auch zu dem Vater, der er heute ist. Und deswegen sind die bis heute hier vereint. Und was natürlich auch super ist, am Ende von Katar, da hatte Alex Strasser ja diese legendäre Szene, wo sie sagte, das Zeitalter der Drachen ist vorüber. Was übrigens eine verdammte Lüge war. Und dann legte sie ihre Hand auf Agras Bauch und sagte, das Zeitalter der Sterblichen hat begonnen. Also, my man, du hast eine ganz schöne Verantwortung auf dem Buckel, ne? Ich wollte es nur sagen. Nur, dass wir uns da verstehen. Berührt von der Lebensbinderin, gesegnet von den Drachen für ein neues Zeitalter. Also, die Kinder, die müssen auch ganz schön Welle machen, ja? Ist so. Das war die Questreihe. Nee, jetzt geht es erst los, denke ich. Jetzt wollen wir ja erstmal alle versammeln, ne? Heilung unseres Volkes. Eigentlich sollte das ein ruhiger Familienbesuch bei Drektar werden. Vielleicht noch ein Gespräch mit Durak über seine Zukunft. Stattdessen haben wir einen Weg eingeschlagen, der sie auf das gesamte Volk der Orks auswirken wird. Versteht mir nicht falsch. Ich glaube schon, dass wir die beste Entscheidung getroffen haben. Ich bin nur überrascht, wie schnell das geschehen ist. Ich soll eine Schafseherin werden. Wir haben viel zu tun und sollten es anpacken. Mögen die Ahnen über euch wachen. Er vor allem brauchst du dein neues Mockagra, ne? Das Koshak. Das Koshak wird in Klingenhügel abgehalten. Goel und Etrik-Versammelnde versammeln jetzt gerade die Clans. Wir müssen vorerst Abschied nehmen. Ihr müsst euch geistig auf das Orm-Gorah vorbereiten, den Ritus der Ehre. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ihr selbst für euch eine würdige Herausforderung wird. Ich rufe unsere Windreiter, damit sie meine Familie zum Koshak bringen. Ihr könnt mit ihnen reisen oder dort zu uns stoßen. Geht mit Ehre. Ich habe vor dem Koshak noch viel zu tun. Bringt bitte Durak und Resi zum Klingenhügel, wenn es euch nichts ausmacht. Ich bin sicher, Durak hat euch viel zu erzählen. Mutter. Wir sehen uns beim Koshak. Kleiner Fanboy, wie wir gehört haben, ne? Mutter, sagt er. Warum mussten die den Durak nennen? Ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus, wäre immerhin nicht Jarak, oder? Das hätte noch ein bisschen schwerwiegender getroffen. Ja, wir reisen natürlich mit denen zusammen. Gepanzterter Windreiter. Die Vivern warten geduldig auf ihren Reitern. Wollt ihr mit Durak und Resi nach Klingenhügel fliegen? Resi! Ja. Let's go. Kleiner Loretalk auf dem Flug, Leute. Wie sieht's aus? Ein neuer Initiationsritus. Seid ihr aufgeregt? Ich schon. Ja, zu Recht, Bruder. Wie sweet, man. Vielleicht zeigt mir das meinen eigenen Weg. Ähm, aber nur keinen Druck. Nein, nein, nein. Niemals. Würde ich nie erzeugen. Vergiss das mit Alex Strasser wieder. Ja, auch junge Orks machen sich Gedanken über die Zukunft, ne? Wir sind da. Ich passe auf Resi auf. Ihr solltet meine Mutter aufsuchen. Resi. Okay. Resi, da hören wir es nochmal. Und hier wird schon gefeitet, ja. Wie man sich so ein Ork fest vorstellt, wa? Haben wir hier schon markante Kollegen stehen? Ich glaube... Oh, haben wir. No way. Haben wir. Raus damit. De Guze. Und der Mulverick. Das sind ja auch die vom Alter, Akir. Junge, als ob sie wirklich alle Orks rangekarrt haben. Blut und Donner. Tork und Sergra Dunkeldorn kennt man auch. In schöner alter Classic-Rüstung. Damn, boy. In der Arena trennt sich die Spreu vom Walzen. Reger Erdenwut, die alte Legende. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ah, der Ork der Stunde. Tromkar Gräumgar. Die Geister wachen voller Erwartung über euch. Ich weiß, dass ihr uns mit eurer Bestleistung ehren werdet. Ja, Reger ist ja alter Gladiatorenmeister, ne? Der hatte ja Varian Vryn, Broll und Valera als Gladiatoren-Team und ist mit denen getourt, ne? Das sind diese Geschichten. Übrigens nachzulesen in einer großartigen Comic-Reihe, die da anfängt mit Fremder in einem fremden Land. Und da ging es um diese ganze Varian-Geschichte, die dann quasi bei Onyxia endete, ne? Und der Rettung dann von Anduin, so ein bisschen der ganze Bums, den man auch in Classic dann mit dieser legendären Quest-Reihe nachspielen konnte. Und Reger hatte, ja, maßgeblich mitzutun mit all diesen Entwicklungen, auch wenn er das nicht wirklich wollte, weil viele zu diesem Zeitpunkt, als er als Gladiator kämpfte, ja gar nicht wussten, wer das sein soll, ne? Also Varian Vryn war denen natürlich kein Begriff. Die tourten vor allem auf der Hordenseite und durch Oga-Arenen und so weiter. Und da haben dann nicht so viele mit gerechnet, dass der König von Sturmwind, ne? In einem Gladiatoren-Team von Reger kämpft. Waren auch sehr wilde Geschichten. Zor-Einbaum, Terga-Erdenbrecher, alles irgendwie Charaktere, die man kennt von verschiedenen Quests oder aus dem Startgebiet. Es ist gut zu sehen, dass Agralan in die Ränge der Scharfseher eintritt. Sie hat sich wirklich bewiesen. Ich freue mich darauf, die Entwicklung des jungen Durak als Schamane zu beobachten. Er entstammt einer mächtigen Linie, ja, genau das, was er eigentlich nicht hören will, ja. Genau das, was er nicht hören will, aber wenn dein Vater ein Welten-Schamane ist und deine Mutter jetzt Scharfseherin wird, ja, deine Mutter ist eine Scharfseherin, dann ist das natürlich eine gewisse Bürde, ja. Wild. Kraft! Da ist er doch! Ah! No way! Wie schön! Hier zu sein unter Freunden bei einem wahren Sippentreffen mit Marker an meiner Seite, es tut gut. Ich wusste lange Zeit nicht, ob ich mich je wieder so gut fühlen würde. Jo! Das ist ja mega nice. Loktal, Gräumgar! Ich danke euch für eure Hilfe, die Orks so zusammenzubringen. Das gefällt ihr auch. Sie ist ja nicht nur Orks, sondern auch Schamanen, ne? Damn, Boy! Das hittet auf jeden Fall anders nach der Recherche beim Mannkrieg-Video. Sehr cool. Drachen mal, Orks. Legt wohl! Gregor? Ich hoffe, der Drachenmal-Clan findet nach all der Zeit seinen Platz in der Horde. Ja, die haben auch genug Dreck am Stecken, ne? Die Orks haben mehr als genug Zwietracht gesehen. Hoffentlich hat das sein Ende. Und? Was braucht ihr? Gralok. Ja, mit denen hatten wir ja auch viel im Schattenhochland zu tun, ne? Zu Katar dürfte das ja gewesen sein. Auch am Start. Wirklich alle versammelt, ne? Ohne Ausnahme. Das sind einfach ein paar Random-Grundsachen. Yo! Kolga. Leider alleine von der legendären Quest unten beim Rubin-Lebensbecken, die sie auch viel mit der Vergangenheit der Orks beschäftigt hat. Wenn man die fertig hat, wandert er ja Gedanken verloren durch die Dracheninseln. Ist aber auch hier, ist auch hier beim Ork-Fest. Nice. Schon ganz geil, dass sie es nicht mit Ork-Fest übersetzt haben, oder? Lokta. Ich wünschte, Duros wäre hier, um das zu sehen. Das stimmt. So viele Orks aus aller Welt vereint. Obwohl ich mich frage, ob er seinen ehemaligen Clan gemieden hätte. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, sie über seinen Tod zu informieren. Dat ist wohl wahr. Weil die Peons auch schwer beschäftigt hier. Junge, ist das Ariok? What? Wie random. Bro, aus der Höhenfeuer-Zitadelle. Ariok, der von Kherok dann da gefoltert wird und der sie ursprünglich im Tanan-Szenario geopfert hat, der, den wir dann befreien und der noch bei Bewusstsein ist und dann unser Follower in WOD wurde. Und Landresort? Damn. Das ist also Azeroth und die neue Horde. Die Orks haben sicher eine stattliche Heimat aufgebaut. Wie es scheint, gibt es in diesem Koschalk sogar einen Platz für uns Halbblüter. Ich sehe Garona und die Mock Natal. Hoffentlich dreht Schwarzhaus sich im Grabe um. Landresort von der Klinge. Legendärer Charakter, den wir auch im TBC-Nagrand schon hatten, bilde ich mir ein, beim Ogerschnitzel. Ja, ja, ja. Ich hoffe, es war kein Fehler zu kommen. Ich wollte den Traum meines Vaters unterstützen, das Koschalk zurückzubringen, aber alle hier starren mich an. Konntet ihr die Blutmagie nicht bannen? Bisher hat keiner unserer Versuche funktioniert, aber im Kopf ist er zumindest noch klar. Das war auch was Feines. Die Priester, Druiden, Schamanen und Alchemisten der Horde haben alle Heilmittel ausprobiert. Die Blutmagie aus der Blütezeit des Clans des blutenden Auges, die mir diese Kraft verlieh, war mächtig. Aber das blutende Auge in dieser Zeitlinie haben wir noch nicht um Hilfe gebeten. Joren Todauge ist auf dem Koschalk, oder? Oh, ja gut, wenn sie hier jetzt alle versammeln, ne? Vielleicht hat der noch so eine familieninterne Idee. Xikor, vielen Dank für die Bits. Dankeschön. Wen haben wir hier? Ich bin hier. Tura? Was war sie? Irgendwas mit Sauerfang, oder? Tromkar, Gromgar, es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Ich bin Tura vom Schwarzwelsclan. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um mit Edric und seinem Sohn zu sprechen. Es ist lange her, dass ich sie gesehen habe. Ich erinnere mich nicht daran, dass Ariok so groß war. Tura ist ein Ork-Krieger und die Halbnichte von Broxigar und Varok Sauerfang. Okay, Halbnichte habe ich mir tatsächlich nicht gemerkt. Ihr Vater ist der Halbbruder von Varok und Broxigar. Okay, Kloa, Dankeschön für die wunderbare Info. Irgendwas war da auf jeden Fall. Wir haben die Kommandanten hier unten. Euch kennen wir doch auch. Schädelbrecher und Kardrak, jawohl. Und das sind nur feiernde, normale NPCs. Ja, der nicht. Gromosh ist dabei. Hier wird wild gefeilt. Na, wir gucken mal weiter rum. Yo, my man. Blut und Donner. Ah, die Stimme. Nasgrim, ich bin nicht auf meinem DK. Wir kennen uns eigentlich. Grüße, Gromgar. Ihr habt eine anständige Versammlung arrangiert. Mit vielen dieser Orks habe ich nicht mehr gesprochen seit meinem Tod. Aber ich schätze, ich bin nicht der Einzige, der hier nicht ganz hineinpasst. Und wir alle sind willkommen. Wir werden sehen, ob die Leben dann die Vergangenheit ruhen lassen können. Nasgrim leider schon immer etwas zu pflichtbewusst gewesen. Deswegen, obwohl er es besser wusste, hat er sich bei der Schlacht um Orgrimma auf die Seite von Garrosh gestellt, weil er hat es als seine Pflicht, als seine Aufgabe gesehen und die höher gerankt als alles andere. Ja, dann ist er gestorben. Und als wir dann im Rahmen von Legion, meine ich war es, die vier Reiter neu einsetzen wollten, war er eine der ersten Wahlen. Ja, und darum sind wir dann nach Dorota und haben ihn gleich mal wieder fit gemacht. Ihren ersten Auftritt hatte sie im Buch Stormrage. Keine Ahnung, wie der deutsche Titel ist. Ich glaube einfach Sturmgrim. Siehst du mal. Ja, schon ein bisschen her, dass ich das auch gelesen habe. Aber Chloa weiß Bescheid hier. Vielen Dank. Rudi der Rabe, der einzig wahre mit dem ganzen Jahr. Vielen lieben Dank. Warum ist Nasgrim Reiterin der schwarzen Klinge? Oh. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Da haben wir anscheinend einiges verpasst, was bei Nasgrim so los war. Ich würde von einem spontanen Übersetzungsfehler ausgehen. Nasgrim. Die Reiterin. Er ist eine Prinzessin. Na. Wunderschön. Ich sehe Garona da hinten auch schon stehen, Junge. Was hier los ist, wie viele NPCs sie rangekehrt haben. Wilde Zeiten. Mu auf mit Monat Nr. 4. Vielen Dank. Wir haben außerdem Shokia. Wir werden siegen. Koste es, was es wolle. Und Shokia? Ist auch ein bekannter Questbegleiter, oder? War das hier aus dem Jadewald? Die kennt man auch. Benille mit dem Sechsten. Vielen Dank. Shokia nickt euch kurz zu. Sie blickt euch mit eiserner Beklemmung an. Kräum gar. Ich hoffe, ich bin hier willkommen. Wo wart ihr die ganze Zeit? Nach Hölschreis Tod wollte ich allein sein. Also bin ich auf Wanderschaft gegangen. Ich habe Söldnerverträge angenommen, wo ich konnte. Es gibt genug Arbeit für jemanden, der gut mit einem Gewehr umgehen kann. Ich habe mich sogar eine Zeit lang Piraten angeschlossen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich Orgrimma vermisst. Die Horde, das Koshak wirkte wie eine gute Gelegenheit, nach Hause zu kommen. Bereut ihr euch, Garrosh angeschlossen zu haben? Ah, deswegen steht sie auch bei Nazgrim, ne? Ah, ja. Ich. Sie verstummt und versinkt in Gedanken. Ihre Mine verhärtet sich. Darüber hat sie sicherlich die ganze Zeit in ihrer Abwesenheit nachgedacht, ja? Puh. Nein, tue ich nicht. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, so sehr an eine Sache zu glauben, dass ihr dafür sterben würdet, nur um zu sehen, wie die Person, die diese Sache verkörpert, vernichtend geschlagen wird? Zweimal. Ich dachte, ich tue das Richtige. Die Orks verdienten eine bessere Zukunft und Töschrei glaubte, sie in diese Zukunft zu führen. Er benutzte uns nicht nur zu seinem eigenen Vorteil, aber es ging auf die Kosten der restlichen Horde. Sie weiß nicht, was sie sagen soll und blickt euch finster an. Na gut, ihr habt recht. Ich wusste nicht, dass seine strahlende Zukunft das Ende jedes anderen Volkes einschließlich meiner Freunde erforderte. Ich wusste nicht, dass er einem alten Gott gestatten würde, die Orks und ihn selbst zu verderben. Als ich es wusste, war es schon zu spät und ich steckte zu tief drin. Es ist unwichtig. Das alles ist Vergangenheit. Saela ist tot. Ich erwarte nicht, dass alles einfach vergeben und vergessen ist. Ich will nur die Horde zurück. Das Koshark ist eine Zusammenkunft für alle Orks und das schließt mich ein. Wow. Sehr wichtige Selbstreflexion. Ein Thema, das sehr schwer aufzuarbeiten ist. Das wissen wir. Und ich finde, sie haben das hier toll präsentiert. Zumal wir ja hier als der Oberheld vom Erdbeerfeld rumstolzieren. Ja, und die deswegen vermutlich auch eine direkte Vertrauensbasis hat. Stark. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr auf die Allianz trefft, wisst ihr, was zu tun ist. Oh boy, sie hat das mit dem Fraktionszusammenschluss noch nicht mitbekommen. Aber ja, interessante Entwicklung auch für Shokia. Ein Charakter, den man sonst nur von diesem witzigen Jadewald-Quest eigentlich kennt. Und auch diese düstere Gahosch-Vergangenheit gehört natürlich aufgearbeitet. Auf jeden Fall musst du den vom blutenden Auge finden, wenn der schon so erwähnt wird. Da muss eigentlich was passieren. Das wäre ja krass mit Ariok. Ah hier, unsere Rogi-Rogues. Wie nice. Gordul. Meine Klingen sind bereit. Und Garona, was hat sie für Dolche gerade dabei? Ah, guck mal, ein bisschen lila am Leuchten aber, ja? Gefährlich, Garona, mach kein Mist da. Seid gegrüßt, Gräumgar. Ich dachte mir, das erste Koschark von Arzeroth wäre es wert, die Zurückgezogenheit zu verlassen. Ich bin beeindruckt, wie viele Orks dem Ruf gefolgt sind und dass keine Kämpfe ausgebrochen sind. Noch nicht, jedenfalls. Das hat er ja vorhin gespoilert, na? Ja, dass auch die Halbblüter dabei sind. Landresor. Dann hatten wir die Magar erwähnt, also Rexa und Leoroks müssten irgendwo rumstehen. Und Garona heißt ja auch nicht umsonst Halb-Orkin, ne? Da war ja was. Alice sehe ich bisher keine. Nee, aber beim Fest der Orks gehören Alice auch nicht wirklich hin. Fraktionszusammenschluss hin oder her. Die beiden kennt man auch. Raus damit! Killrat, der Taktik-Offizier und Ukos-Blutwisper. Ich habe nicht viel Zeit in Dorotha oder Orgrimma verbracht. Die Landschaft ist schon ein Anblick. Ja, so kann man das sagen, oder? Schöner Anblick hier. Jalle, hi, vielen Dank. Möge eure Klinge niemals... Da hinten sind nur noch ein paar am Rumsaufen. Na, wir müssen ja schon mal hier die Runde drum herum reiten. Irgendwo gibt es da bestimmt ein paar Party-Muffel, oder? Die sich hier so in halber Verstohlenheit tummeln. Hier ist man ja auch immer unterwegs, wenn man beim Nobelgarten die Eier sucht. Dann werden hier diese Ecken sehr, sehr gern gekämmt. Aber nö, es scheint nicht so zu sein. Das sind die normalen Lehrer. Wow, es freuen sich wirklich alle auf das Fest. Ausnahmslos? Keine versteckte Raucherecke? Oder? Ihr beiden vielleicht. Moin. Was braucht ihr? Ihr seht verdächtig aus mit eurer ranzigen Katterrüstung. Flammenhauer. Ich kann nicht fassen, dass Thrall beim Drachenmahl-Clan so den Ölzweig reicht. Warte, was? Ich kann nicht fassen, dass Thrall dem Drachenmahl-Clan so den Ölzweig reicht. Nach unseren Jahren in der dunklen Horde und mit Kriegsfürstin Zahela, die unsere Streitkräfte unter Hüllschrei kommandierte. Ist das eine Art Trick? Ah, die stehen ein bisschen abseits. Okay. Ja, die Geschichten mit Zahela, die ist ja aufgestiegen, ebenfalls in Katter unter Hüllschrei. Da haben ja alle Orks mit einer, ich sag mal, sehr ausgeprägten kriegerischen Persönlichkeit. Die haben ja dann schnell ein paar Rängel hinter sich gebracht und waren relativ weit oben bei Garage. Und in der oberen Schwarzheld-Spitze, da war Zahela dann ja als Kriegshürstin unter Hüllschrei. Der Boss und ich meine, wir hatten sie dann ja auch in der Schlacht um Orgrimma nochmal, oder habe ich das geträumt? Also vorher natürlich, ne? Da hatten wir hier bei Galakras, oder nicht? Da war sie doch auch mit dabei und ist heruntergekracht, bilde ich mir ein. Genau, Kriegshürstin Zahela schickt die besten Soldaten des Drachenmahlclans in den Kampf. Also die waren mit Feuer und Flamme dabei und dann hatte sie eben nochmal ihren WOD-Auftritt. Also kein Wunder, dass wir dem Frieden hier noch nicht so ganz trauen nach der ganzen Kacke, ja? Amaterasu mit dem fetten T2er und dem 28. Vielen Dank. Dankeschön. Ob mit Ölzweig der Olivenzweig gemeint ist und es gibt keine Oliven auf Azeroth, das könnte sein. Ich habe auch überlegt, ne? Deswegen muss ich zweimal lesen, was labern die gerade mit Ölzweig hier? Aber möglicherweise, Firnen, hast du da recht, ja? So ein bisschen abgewandelt. Ist ja witzig, wie so ein Alien-Sprichwort, ne? Wie Stein im Brett, ihr erinnert euch. So, die hatten wir, was war mit euch? Gess und Ormok, da hinten. Die Lehrer, auch alle hier versammelt. Ein paar Hexenmeister, ja, ja, ja. Oh, unsere Räuber hier, die fand ich früher halt so cool, ne? Wenn man als Troll oder Ork gestartet ist, als die hier patrouillierten, dachte ich immer, oah. Oh, im Gebäude müssen wir auch gucken, auf jeden Fall. Ihr nervt meinen Hund. Ja, dein armer Hund, der hat nicht mal ein HD-Modell bekommen, ne? Hallo Gräumgar, die Räuber grüßen euch, das ist ja nett. Und ich grüße die Räuber. Wen haben wir hier? Rokaro und Kakta. Seid gegrüßt, Gräumgar. Ich bin froh, so viele Orksvereins zu sehen, einschließlich der Mock Natal. Es ist lange her, dass ich meinen Freund Rexa gesehen habe. Wir haben so viel nachzuholen. Sweet. Echt viele alte NPCs rangekarrt, ja? Das sind unsere Hexerkollegen und der Bruder war ja in Legion sehr präsent mit seinem brennenden Kopf. Fasst euch kurz. Rat der schwarzen Ernte. Wir Hexenmeister werden nicht oft zu so edlen Empfängen eingeladen. Wir sind es gewohnt, in den Schatten zu lauern, ohne vor unsere Bemühungen, Arzeroth und die Horde zu schützen, Anerkennung zu erhalten. Schon ein bisschen Depri, das ist die Raucherecke hier. Das Teufelsfeuer ruft. Mordak und ich kommen als Repräsentanten des Clans der brennenden Klinge. Wir gehören zu den letzten lebenden Clanmitgliedern, die der Horde ergeben sind. Aber wir hätten nicht erwartet, dass Landresor von der Klinge kommt. Er ist eine Legende in unserem Clan. Würdet ihr uns vorstellen? Er ist ziemlich feuchteinflößend. Junge, der Hexenmeister sagt das. Geil. Ich dachte, ihr seid hier die Creepy Dudes. Aber nein, seid ihr nicht. Angler ist dabei. Rockal Pakodos sind dabei. Das sind, glaube ich, unsere normalen Questgeber. Ach, schau an. Wen haben wir hier? Die kennt man auch. Jotek. Wir sind weit gegrüßt. Jasra Moorblut. Zug, zug. Dann ist es Vogga Todesgriff. Locktar. Und Corporal Tikka Moorblut. Nice. Wir brauchen Moorblut. Hier drüben. Mokra. Bisschen schamanistischer. Marut. Mokra. Und Kaschra? Ich wurde wie viele Orks von meinem Clan getrennt, als meine Eltern in ein Internierungslager gebracht wurden. Sie waren Frostwölfe und benannten mich nach der ehrwürdigen Mutter Kaschur. Mehr weiß ich nicht. Ich werde diese Gelegenheit nutzen, um wieder an mein Erbe anzuknüpfen. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. So wenige von uns Orks zeugen dem Pfad des Magiers. Oh, das ist eine Magierrobe, okay. Sorry, Bro. Ich bin froh zu sehen, wie Kaschra aufblüht. Sie hätte beinahe ihre Chance verpasst. Es ist nur Thralls einschreitend zu verdanken, dass die übrigen Arkan-Worker nach der Schlacht um Orgrimma nicht wegen Verrats hingerichtet wurden. Er sah Potenzial in Orks mit Arkanen-Fähigkeiten, die normalerweise das Steckenpferd der Allianz und deren Kirin-Tor sind. Er hielt es für Verschwendung, etwas abzulehnen, was möglicherweise eine nützliche Ressource sein konnte. Ich werde auf ewig dankbar für sein Mitgefühl und seine Weisheit sein. Das stimmt, da hat es Thrall schon immer ein richtiges Auge drauf. Seid sicher. Hier haben wir unsere Köche. Und hier hinten Raucherecke 2. Oh. Uh, Schattenmond. Jeder leistet seinen Beitrag. Und Krelka-Blutfeuer? Ach, guck an. Ah, ihr seid Gräumgar, der heute den neuen Ritus durchlaufen wird. Die meisten dieser Orks haben Angst, sich mir zu nähern. Ich bin Relka, die letzte Magar des Schattenmond-Clans. Die anderen bleiben auf Abstand, denn sie wollen nicht mit einem von Nersuls Gefallenen sprechen. Ich sehe es ihnen nach. Aber ich bin nicht gekommen, um meinen Clan einen Platz beim Kuschak zu sichern oder alte Kriege zu erneuern. Ich bin gekommen, weil ich hörte, dass es mittlerweile einige unter den Orks gibt, die den Gesängen von Licht und Schatten lauschen. Aha. Die Mysterien des Kosmos sind es, die der Schattenmond-Clan gemeistert hat. Ich möchte das Wissen meines toten Clans mit den jungen Orks teilen, wo ich kann. Und diejenigen, die das Dunkeln nutzen, vor einer Katastrophe bewahren. Okay, ich hatte kurz Angst, dass das umschwenkt zu. Wollte ja auch die alten Götter hören, aber sie möchte lieber gucken, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist ja spannend. Okay, cool. Selbst die Kollegen finden hier Beachtung. Danke, Mysterioso. Danke, Mann. Einfach nur Danke für dieses Mock. Was haben wir hier? Die Braufest-Orks. Ah, guck mal. Ja, Brauerei Drohnen. Was sucht ihr? Und Kriegsfahrt-Breu. Beachtet uns gar nicht. Wir streiten uns immer darüber, welches Bräu das Bessere ist, wenn wir uns treffen. Ja, man erinnert sich, ne, die alten Marktschreier. Geil. Machst du auch Ali-Reihe? Ja. Machen wir auch. Was haben wir hier denn noch? Einen Händler? Schaut euch nur um. Gewürzhändler. Auch Braufest, ne? Was darf's denn sein? Tretet näher. Ich hab die besten Kräuter und Gewürze aus Arzeroth und der Welt. Oder zumindest in irgendeiner Richtung. Okay. Kommt wieder. Na gut, den Gewürzhändler habe ich jetzt nicht erwartet in der Ecke, aber... Ich akzeptiere nur die feinsten Erzeugnisse. Boss Magor. Boss Magor. Boss Magor. Handwerksgilde. Ihr seht aus, als hättet ihr Talent. Ich wurde gebeten, die Logistik für das Kosciak zu organisieren, damit alles rechtzeitig zum Festenmal fertig wird. Es gibt immer noch viel zu tun. Ihr Peons macht euch besser an die Arbeit. Oh ja, Arbeit, Arbeit. Haben wir den Chefpeon nicht mitgebracht. Ich habe WOD und gar nie Flashbacks, aber... Sagt mir, wenn ihr mehr Waren braucht. Scheint nicht so. Okay, dann haben wir noch hier ein bisschen was vorm Gasthaus und dann die Gebäude an sich, ne? Solange keiner Spider-Man-mäßig auf dem Dach rumflitzt, glaube ich, wir haben dann guten Überblick bekommen. Guck mal, da stehen auch noch welche. Thorak. Und Holger. Holger, der Ork. Mich dürstet es nach der Schlacht. Gargok. Und Thorak. Nice one. Schöne Rüstungen, Leute. Ah, Warman mit Misha. Und wir können Misha streicheln, das ist Big Update. Wichtigste Neuerung im Patch. Yay, freut sie sich. Ich vernehme den Ruf der Wildnis. Rexa. Geil. Ah, Meisterjäger. Schön, euch zu sehen. We got a deal. Das war Timing. Ich wusste nicht, dass Thrall die Mockenertai zum Koshark einladen würde. Sie verdienen es hier zu sein und ich bin froh, sie inmitten der Orks zu sehen, aber ich habe nicht mehr mit meinem Vater gesprochen, seit ich mich vor all den Jahren der Horde angeschlossen habe. Er war nicht bereit, mich wieder als seinen Sohn zu akzeptieren, als ich zuletzt in der Scherbenwelt war. Ich weiß nicht, ob er es jetzt ist. Das wird ein schwieriger Tag für uns. Oh, alle am Feiern und hier. Happy Family oder halt nicht so happy. Da drüben ist er doch. So soll es sein. Leorox, jawohl, mit Silmara, außerdem Tetic und Mystiker Vogelhut. Wait a second, das ist das Timogma und Blutstache können wir auch streicheln. Sehr gut, alle Tiere, ob groß, ob klein, wollen fein gestreichelt sein. Okay, der hat mir gleich einen Hauer in die Hand gerammt. Vielleicht korrigiere ich diese Aussage noch. Crony, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Gewürzhändler sind bei Star Wars die Drogendealer. Das passt dann schon eher, ne? Die guten Gewürze. Ich hoffe, dass das Koscher Gleorox zeigt, dass die Isolation der Mockenatal endlich ein Ende haben kann. Die Reise aus der Scherbenwelt hat die Forscherin in mir geweckt. Wenn dieser Wicht Rexa ganz Arzeroth gesehen hat, kann ich das schon lange. Dieser Wicht, sagt sie. Geil. Ja, es geht ja so ein bisschen um Anti-Isolation, ne? Alle sind irgendwie willkommen. Alle, uh, Agrar hat wirklich neues Timog bekommen, Ehre. Alle sind irgendwie eingeladen, an einer neuen Zukunft zu arbeiten. Also, schön. Schönes Feeling. Ich war überrascht, als Thrall uns eine Einladung zum Koschark zukommen ließ. Sie kennt man aus dem Shergrad, ne? Da hat man diese wunderbaren Quests gehabt, wo man diese Seidenkokongs von den Würmern sammeln durfte. Hm, das war funny. Die Mockenatal wurden nie zuvor eingeschlossen. Die alte Horde betrachtete uns als halbblütig. Weniger wert als wahre Orks. Während unsere Isolation in der Scherbenwelt war mir nicht bewusst, wie viel sich geändert hat. Vielleicht ist es an der Zeit für eine ernste Unterhaltung mit meinem Sohn. Nice. Rexa, komm rüber. Ich hab geklärt hier, Bruder. Ich hab geklärt. Ich hab kurz gedacht, das ist ja, wie hieß er, Orkimus, der Königsmörder? Aus dem, haha, aus dem Vorgebirge des Hügellandes, Junge. Aber nein. So, zu euch kommen wir, glaube ich, zum Ende. Narsgrill. Ui, und Hauptmann, wie heißt er, Galvangar, Hauptmann der Frostwölfe. Cool. Es tut gut, wieder unter Frostwölfen zu sein. Meine Stellung in Thrall immer hat mich zu lange aufgehalten. Auch jemand, der schon sehr lange mitmischt und natürlich bekannt wurde dann über die Höllenfeuerhalbinsel. Und Thralls Kinder sind hier. Es ist das erste Mal, dass ich die Kleinen treffe. Ich erwarte Großes von diesen beiden. Kinder lieben es, sowas zu hören. Am besten noch in die Wange kneifen dabei. Hier verträgt Thrall die Hitze in Durotar. Ich fühl mich wie gebraten. Ja, das weh ich mich auch, Bro. Ich schwitze schon wieder an Körperstellen, die sind eigentlich noch gar nicht entdeckt worden. Ihr beiden habt nicht so viel zu melden. Die kennen wir aber auch von verschiedenen Quests. Ich denke an Vashir, wenn ich die Rüstung sehe. Und Grommusch mit seinem fetten Schweinestecher auf dem Rücken. Ich bin ja nicht in meinem Element, Gräumgar. Ich würde diese Orks viel lieber in Schlachten führen, anstatt Plaudereien auf einer Feier zu führen. Pah, darum steht er alleine. Alleine, aber in der Mitte. Das lässt er sich nicht nehmen, hör mal. Gut, im Gasthaus ist vermutlich nicht so viel los, oder? Da ist dann Erwart ein Buch für die Quest, okay. Erwart für die Besoffenen, die hier dann ein bisschen auskurieren können. Da haben wir gerade zumindest noch keinen. Ansonsten hatten wir die, hatten wir die. Aber hier drinnen vielleicht noch. Wobei, wenn alle draußen stehen, wer geht denn dann rein? Das ist hier die Nichtraucher-Ecke. Nee, auch keiner da. Patch ist live, ja. Ist draußen. Ist spielbar. Etrik. Ja? Mein Mann. Es wärmt mein Herz, dass so viele Orks sich unserem Koshak angeschlossen haben. Danke, dass ihr mir geholfen habt, das zu erreichen. Das Ding ist, wenn man mit denen hier einen hebt, mit Rexa und Co., dann bist du doch tot. Dann besteht doch dein Körper am nächsten Morgen zu 99% aus Alkohol. Will gar nicht wissen, was sie sich hier hinter die Binde kippen als Orks, Junge. Haltet eure Waffen scharf. Aber er hat keine Optionen. Das ist mein erster Besuch in Durotar und Orgrima. Ich hätte viel eher kommen sollen. Clan des blutenden Auges. Leider können wir hier keinen zusammenführen. Hätte ich ja gefeiert. Oder das kommt noch. So ne Bleib dein Weilchen und hör zu Optionen mit Leorox und Rexa. Mit der Ariok und Jorin. Fände ich auch cool. Jorin. Mhm. Sick. Oh, Gorgona. Nice. Es ist mir eine Ehre, meinen Clan im ersten Koschark von Azeroth zu vertreten. Ich wünschte nur, ich wünschte meine Schwester wäre hier, um das zu sehen. Ja, Gorgona und wie hieß sie? Grenna, glaube ich. Zwei Orks, die sehr, sehr unterschiedlich sind und waren. Zwei Orks, die Garrosh erstmalig auffielen, als er das erste Mal durch Orgrima schritt, als sie von Thrall dann eingeladen wurde und zum ersten Mal als Erbe Hülschreis durch diese Straßen lief und zu diesem Zeitpunkt auch der einzige Magar in Orgrima war. Also der einzige Org mit brauner Haut, der einzige Unverdorbene. Deswegen starrten ihn alle an. Jeder wusste, wer er war. Die einen verabscheuten ihn für sein Erbe und seinen Namen. Die anderen sahen in ihm Hoffnung. Etwas, was sie lang nicht mehr gespürt haben. Ja, und Grenna ist dann unter Garrosh aufgestiegen und war diese olle Zibbel in den Grizzlyhügeln, die man auch am Ende einer Questreihe dann in dieser Arena umgehauen hat. Und man hat sie umgehauen, weil sie rausfand, dass ihre Schwester, Gorgona, nicht das tut, was sie befohlen hat. Gorgona war nämlich immer die Nette, die Friedliebende und so weiter. Und ja, Grenna war das genaue Gegenteil. Und als sie dann befohlen hat, Beine zu brechen und zu morden, hat Gorgona eben nur so getan. Und als das rauskam, sind die in die Arena. Und wir waren dann auf der Seite von Gorgona, haben ihre Schwester Grenna also umgehauen. Aber das wäre natürlich etwas gewesen, was sie gern anders gelöst hätte. Ja, deswegen spricht sie das hier gerade an. Und der erste Kontakt war in Orgrima, wo Garrosh auf einem Stein schilte. Und Grenna gerade Fische gefangen hat in diesem einen kleinen See, den wir da in Orgrima haben. Und sie kam ihm dann voll patzig, ja, und meinte, ey, Hüscher, ich weiß, wer ihr seid. Und alles ist scheiße hier und Drexhorde, Drexroll und so hat er die ganze Zeit rumgemeckert. Naja, Garrosh, ehrhaft, wie er sich gesehen hat, wie er war, hat dann erstmal Verrat geschrien, wollte sie brutal zusammenschlagen, ja. Und sie hat dann erzählt, dass sie eben sehr unzufrieden ist mit dem, was Thrall so macht, ja. Dass sie eigentlich mehr möchte, mehr im Sinne von Scheiß auf diese Zone, in der wir leben. Nebenan ist das Eschenthal, ja. Warum reißen wir nicht die Bäume der Nachtelfen ein? Warum müssen wir hier für das leiden, mit dem wir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben und so weiter. Und kurz bevor die beiden in so einem Makura eskalierten, ja, ist dann Gorgona dazwischen gegangen, hat sie weggeschickt und versucht so ein bisschen zu schlichten, ja. Und das war der erste Kontakt. Und später hat Garrosh sie dann eben mit nach Nordend genommen und sie konnte da aufsteigen, ja, die nette Dame mit der Augenklappe. Im Endeffekt hat es dir dann zwar auch nicht geholfen, aber sehr interessante Geschichte, die übrigens auch im zeitnah kommenden Hörbuch auf YouTube, habe ich ja neu eingesprochen, sehr passend, freut mich, zu Garrosh und genau diesem Besuch kommt, kommen wird, in der Hörbuch-Playlist, ja. All about Games mit dem 19. Monat. Vielen lieben Dank. Viel Lurne. Dankeschön. Hi. Ich wusste nicht, dass ihr dem Kriegshymnen-Clan angehört. Ei, ich habe in der Kriegshymnen-Offensive gekämpft, um das Gedenken meiner Familie zu ehren. Meine Eltern waren vom Kriegshymnen-Clan und brachten meine Schwester und mich durch das dunkle Portal, als wir noch Kinder waren. Grommasch missfiel das und er verbannte uns aus seinem Lager. Wir irrten zu viert durch die Wildnis, bis wir in Arati von menschlichen Soldaten überfallen wurden. Meine Eltern wurden getötet. Krenner und ich wurden in Dornholde eingesperrt. Und dann? Nachdem die Lager befreit wurden, folgten Krenner und ich Thrall nach Durotha. Wir verloren den Kontakt zu unseren Verwandten im Kriegshymnen-Clan. Wir wurden Soldaten der Horde und nicht mehr. Wir stiegen schnell in den Rängen auf. Nach Krenners Tod war die Horde alles, was sie noch hatte. Nach dem Fall von Garrosh Hellschrei meldete sich mein Onkel Gargok bei mir und wollte unsere Familie wieder vereinen. Der Kriegshymnen-Clan war erschüttert davon, was aus Garrosh geworden war. Ich schloss mich in dem Eschenthal an und fand eine neue Heimat. Schließlich konnte ich ihnen meine Stärke im Makora beweisen und jetzt führe ich den Kriegshymnen-Clan an. Oh, wow, was? Ich werde nicht zulassen, dass wir je wieder unsere Ehre verlieren. Oh mein Gott, sie führt die jetzt an? Wow, das wusste ich nicht. Das mit Hinblick auf die Story, die ich gerade erzählt habe? Weil sie verkörpert ja ursprünglich alles, was der Kriegshymnen-Clan nicht war. Ja? Das ist ja krass. Okay, schöne Storyline für Gorgona. Sehr traurig für ihre Schwester und auch sehr traurig für Garroshs Erbe, aber gut, das hat er sich selber auf die Kette zu schreiben, ja. Gorgona, Kriegshymnen-Clan. Ja, auch in der passenden Rüstung hier, ne? Cool. Wir haben Teger-Grabklinge von der zerschmetterten Hand. Keine Sorge, die zerschmetterte Hand wird verhindern, dass das Koshak von den Spionen der Allianz gestört wird, die da draußen lauern. Oh ja, sie sind dort draußen. Auch wenn wir Frieden haben, behalten wir uns gegenseitig im Auge. So bleiben wir beide sauber, ja, dass bloß keiner anfängt misszumachen, ne? Aber wegen der meintest du vorhin Alice, ja gut. Vielleicht findet man draußen den ein oder anderen Rogue vom SI7, aber glaube nicht, dass sie da jetzt besonders viel Mühe investiert haben. Vorwärts zum Sieg. Das Koshak hat begonnen. Ich habe seit Jahren nicht so viele bekannte Gesichter gesehen. Oh, same here, Bruder. Same here. Für Azeroth. Und Gorfax Grollhauer vom Drachenmahl-Clan. Der Drachenmahl-Clan hatte in der Vergangenheit viele Meinungsverschiedenheiten mit Thrall. Hoffentlich kann dieses Koshak uns wieder näher zusammenbringen. Ey, alle so positiv, ne? Und, und Draka, äh, Draka sag ich schon, Quatsch. Die werden wir vermutlich nicht hier rumstehen sehen, sondern Agra als nächste Generation und jetzt auch Gorgona als nächste Generation am Drücker. zwischen vielen alten Eliten, die aber auch jetzt nahezu, ja, emotional werden, wenn sie das hier so sehen. Also das sind, glaube ich, gute Voraussetzungen, um so ein paar Sachen, ja, fest zu zorren und im Vorfeld zu aktualisieren, ne? Bevor man jetzt in alte Muster verfällt. Auch schön. Okay, ich glaube, wir hatten alle. Wenn ich jetzt wen übersehen habe, dann wäre ich sad, aber ich wüsste auch nicht, wer noch fehlt. Außer Charaktere, die schon tot sind. Aber Orks hatten ja schon immer einen ausgeprägten Ahnenkult. Und wir hatten ja jüngst auf den Ebenen von Onara so eine Quest, wo wir einfach sehr heftig gewürzt haben beim Kochen. Und das Fleisch hat dann so stark gerochen, dass die Geister vorbeikamen. Also, maybe, wenn auch Silvanas schon fleißig war beim Seelenretten? Na? Hahaha. Agra trägt jetzt ein zeremonielles Gewand und entsprechende Bemalung. Sie blickt euch streng an, lächelt dann aber kurz. Sie leitet offiziell euren Ritus. Seid gegrüßt, Gräumga. Die Clans wurden zum Koshak gerufen und sind nun versammelt, um eure Omgora zu bezeugen. Seid ihr bereit anzufangen? Schick, guck mal. Auch die weiße Bemalung, na? Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Orks aus der Verbündeten Völkerquest zählen, oder? Oh, true, die habe ich nicht gesehen, jetzt unsere anderen Magar quasi. Das ist ja merkwürdig. Hm, warte mal. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Wie hieß sie? Gejara, glaube ich. Anscheinend reicht die eine Version von Thrall, ne? Anscheinend haben sie gesagt, nee, nee. Die eine reicht. Oder die liegt schon besoffen irgendwo unter einem Wagen, ja. Auch denkbar. Ich, Scharfseherin Agralan von den Frostwölfen, rufe die Clans. Sind sie versammelt? Die Clans sind versammelt. Wir folgen dem Ruf. Ich rufe unsere Vorfahren. Oh. Mögen sie dieses neue und alte Treffen segnen. Cool. Das erste Koshak von Azeroth hat begonnen. Yeah. Und mit diesem Treffen beginnt ein neuer Initiationsritus. Das Omgora. Diesem Champion gebührt die Ehre, ihn als erstes zu bestreiten. Mögen die Geister euch führen. Möget ihr in Ehre gehen. Ah, das ist schön gemacht, Agra. Läuf bei ihr. Ja, und schon, nachdem wir jetzt all diese Größen unter den Orks gesehen haben, dass wir jetzt diese Ehre kriegen zuerst, ist schon big. Absolut. Ketapan mit dem elften Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Was ist das hier für ein Totem? Totem der Geister. Aha. Das habe ich nicht. Sind schon Geister irgendwo anwesend? Oder irgendwer, der mir auf den Geist geht? Auch nicht. Na gut. Euer Omgora hat begonnen. Nögen die Geister euch zum Erfolg geleiten. Geht das Omgora. Ritus der Ehre. Errungen durch drei Segen. Des Clans, des Landes und der Ahnen. Wenn ihr alle drei erlangt habt, werdet ihr verstehen, was es bedeutet, ein Ork zu sein. Mega nice, Mann. Absolut geil. Nazgrim ist doch so eine Art Geist. Ja, der kommt gleich um die Ecke mit so einem Laken auf dem Kopf. Buh. Junge. Mögen die Ahnen über euch wachen. Sehr orkisch, ja. Der Segen des Landes. Wenn ein junger Ork den Segen des Landes erhalten möchte, muss er lernen, die Geister zu respektieren, die unter uns weilen. Wenn wir nicht in Harmonie mit den Elementen und Lebewesen um uns leben, kann das zur Katastrophe führen. Ich werde die Geister rufen und sie werden uns dorthin führen, wo eure Hilfe benötigt wird. Es liegt an euch, die euch gestellte Aufgabe zu bewältigen. Geht mit Ehre. Geister dieses Landes. Führt diesen Ork zu jenen, die unserer Hilfe am meisten bedürfen. Eure Prüfung beginnt auf dem Donnergrat. Mögen die Ahnen über euch wachen. Sehr cool. Also ich möchte es nochmal hervorheben, diese Mischung aus alter Ork-Tradition mit dem neuen, was so, ja, nicht wegzudenken ist über alte Jahre. Das ist so, so geil. Heiliger. Minecraft, alles Liebe zum B-Day. Hab einen feinen Tag und viel Spaß im neuen Content. Ich bin hyped und freue mich, nach dem Wrigley-Schisse endlich in neuen Content eintauchen zu können. Dankeschön. Ja, und das ist so geil. Also, wenn auch nur ansatzweise die Essenz von dem hier in allem anderen steckt. Oh, shit. Der Segen des Clans. Ein junger Ork, der den Segen des Clans erhalten möchte, muss lernen, dass ein Clan nur so stark ist wie seine Mitglieder. Beweist den lebenden Orks eure Stärke und dass ihr würdig seid. Da ihr nicht in einen Clan hineingeboren wurdet, müsst ihr zunächst einen Clan auswählen, dessen Champion ihr sein möchtet. Dann muss der Häuptling des Clans euch annehmen. Die Häuptlinge haben sich in der Kaserne versammelt. Schließt euch einem Clan an und erfüllt die Aufgabe, die euch gestellt wird. Ja, wenn man blutendes Auge nimmt, muss man ein Auge rausnehmen, bei der zerschmetterten Hand Hand absäbeln oder... Ich hoffe, wir nehmen uns nicht dieser Art von alter Schule an. Warum kann ich die nicht annehmen? Die Clans sind wieder vereint. Wählt einen Clan, dessen Champion ihr im Omgora sein wollt. Der Segen der Ahnen. Der Segen der Ahnen soll junger Orks lehren, dass die Lebenden alles jenen zu verdanken haben, die vor ihnen kamen. Wir müssen die Ahnen ehren, auf ihre Weisheit hören und ihre Erwartungen erfüllen. Eure Aufgabe besteht daraus, eine Opfergabe zusammenzustellen, die zum einen der geehrten Toten würdig ist und zum anderen würdig ist, den Opferstein beim ersten Koschark Arzorotz zu schmücken. Wenn ihr dem nicht eure gesamte Energie widmet, wird es nicht ausreichen. Koch Torca wird euch anleiten. Die Ahnen werden zusehen. Mutter, darf ich bei diesem Teil des Omgora dabei sein? Mutti, Mutti. Wie du wünschst, Durak. Komm nur niemandem in die Quere. Lull. Aber sicher doch. Er wird es versuchen, ne? Agra macht hier voll ihr offizielles Ding. Mutti, Mutti ist wie hier bei dem einen Nachrichtensprecher oder was das war im Interview mit Livecam und dann kommen die Kinder rein und spielen da im Hintergrund rum. Junge. Durak. Wow, ihr seid super. Habt Dank, dass sie mitkommen durfte. Ich werde mein Bestes geben zu helfen. Schon bald werde ich selbst das Ganze angehen müssen. Oh ja. Schon bald, schon bald. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Vielen Dank für die Glückwünsche, Freunde. Lasst uns bald wieder sprechen. Dankeschön. Ja, wir sprechen auch nochmal. Kein Ding, kein Ding. Dann bechern wir ein und dann brechen wir auch noch zusammen. Ist das nicht schön? Was braucht ihr? Aha, der große Held braucht Hilfe vom Koch Torca, wie? Na schön. Aber die Arbeit müsst ihr schon selbst erledigen. Seid sicher. Ein wichtiges Erbstück. Ich kann euch dabei anleiten, eure Opfergabe für die Ahnen herzustellen, aber ihr werdet zwei Dinge brauchen. Zuerst müsst ihr die Grundlagen beherrschen. Arugi kann euch das Kochen lehren, wenn ihr es noch nicht könnt. We got a deal. Als zweites brauche ich mein altes Kochbuch. Wir werden etwas ganz Besonderes zubereiten, das Drenor und Azeroth verbindet. Da brauche ich was zum Nachschlagen. Geht mein Buch aus dem Gasthaus besorgen, dann können wir anfangen. Für die... Sein Buch ist im Gasthaus? Dann los! Ja, also, der Bruder hat das auch verstanden mit dieser kulturellen Mischung, ne? Alt und neu, sehr, sehr cool. Und Durak, du bist jetzt so eine Art Aloy in Horizons, so eine Art Freya in God of War und kommentierst so Backseat-Gaming-mäßig alles, oder? Ich suche hier! Das Trauma, ne? Es ist zurück. Es ist zurück. Rezira, vielen Dank für deinen Prime. Dankeschön. Ja, hier sind ja vorhin alle hingewuselt. Oh, ihr habt es? Gute Arbeit! Ja, war jetzt nicht so die schwerste Quest, Bruder, aber Dankeschön. Löffel und Gabeln. Ein sehr altes Kochbuch über die orkische Küche Drenors. Na, das hat bestimmt auch schon bessere Tage gesehen. Oh! Wait a second, hatte ich die vorhin? Habe ich euch übersehen oder seid ihr jetzt erst gekommen? Das sind die beiden aus dem neuen Startgebiet, oder? Die Horde wird siegen. Shuya und Breka. Ja, wo sie auch den Fraktionszusammenschluss so schön mit drin hatten, wo wir auch dann in Dragonflight ankommen, ne? Die sich dann gleich zum Saufen verabreden mit den Start-NPCs aus der Ali-Zone, ja? Das sind die beiden, will ich mir einen. Sehr nice. Muss ich Muddy nachher mal einen Screenshot schicken. Frag ich, kennst du die noch hier? Oder hier? Als Muddy das Startgebiet mal gespielt hat, na? Da waren die aber Feuer und Flamme. Mokra. Habt ihr mein Buch gefunden? Es liegt irgendwo im Gasthaus, jawohl. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Ah, da haben wir's ja. Es mag unscheinbar wirken, aber das gute Stück hat es durch das dunkle Portal geschafft. Das ist ein Familienerbstück aus der Zeit, bevor es die Horde gab. Ich weiß, das ist ungewöhnlich für einen Ork. Meine Uroma, Köchin Barascha, hat bei jedem Koschak die Rezepte aller Clans gesammelt. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie niemand anderem zugetraut, es richtig hinzubekommen. Also hat sie alles aufgeschrieben. Was wir an Geschichten über ihre großartige Sturheit haben, genug in Erinnerung geschwelkt. Zeit in der Küche aktiv zu werden. Hoffentlich seid ihr bereit, denn wir haben einiges an Arbeit vor uns. Orkische Lebensmittel Hier steht ein Rezept für das traditionelle Festmahl drin, das die Clans beim Koschak für die Ahnen hinterließen. Ein paar Zutaten werden wir austauschen müssen, weil es sie eben nicht mehr gibt. Aber dadurch wird es noch besser werden. Wir werden dieses traditionelle Gericht nach azerotischer Art zubereiten. Ich werde euch alle Bestandteile des Rezeptes lehren, aber es liegt an euch, die Zutaten zu sammeln. Junge, der epileptische Anfall. Und es tatsächlich zu kochen. Es sind orkische Händler von überall hergekommen, also solltet ihr alles, was ihr braucht, hier in Klingenhügel finden. Vergesst nicht, mein Kochbuch zu lesen. Dort stehen alle Rezepte drin, die ihr braucht. Habe ich das tatsächlich im Inventar? Nein, es liegt dort. Oh, wir brauchen eine Menge. Ich schreibe eine Liste. Jaja, mach mal eine Liste. Um Gottes Willen, ihr müsstet wirklich alles kochen. Scharfes, gebratenes Talbuksteak. Festmahl für die Ahnen. Gegrillter Südstromlachs. Ach, wie cool. Ist aber logisch, dass die Magar-Orks aus Drenor nicht da sind vom verbündeten Volk. Die haben ihre eigenen Traditionen und sind ja auch ein eigenes Volk für sich, welches keine Clangrenzen mehr hat. Ja, so kann man das auf jeden Fall erklären, aber das hier um Aufbruch und ein gemeinsames, neues Dasein geht, hätte schon auch funktioniert, denke ich. Aber möglicherweise erklärt sich die Abwesenheit genau so. Nordlicht, hi. Sind das Rezepte, die es auch in den Büchern gibt? Das wäre natürlich cool, wenn das jetzt die aus den WoW-Kochbüchern wären, aber ich glaube nein. Ich glaube nein. Wenn ich die ganzen Kids von den NPCs sehe, wie die gewachsen sind, frage ich mich, wie alt unsere Chars sind nach all den Timeskips, wenn man Mensch spielt und so. Hat man auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das stimmt wohl. Hier enthalten sind Rezepte von vielen Clans von Drenor, zusammengetragen von Barasha, dem Kühnen, der Kühnen, Tochter von Rukhara. Mögen wir auf ewig gewillt sein, unsere Äxte und unseren Groll niederzulegen, sobald wir für eine warme Mahlzeit an den gemeinschaftlichen Esstisch gerufen werden. Mit Anmerkungen von Torka, Sohn von Lagos. Scharfes, gebratenes Talbuk-Steak vom Kriegshymnen-Clan. Bereitet eine Trockenmarinade aus gemahlenem Pfeffer, Meersalzflocken und getrockneten gemahlenen Gorgor-Wurzeln vor. Reibt das Talbuk-Steak von beiden Seiten gründlich mit der Marinade ein, lasst es bis zu zwei Stunden ruhen. Bratet euer Steak auf einem sehr heißen Stein scharf an. Je nach Dicke und gewünschtem Garpunkt drei bis sieben Minuten auf jeder Seite. Als Beilagen eignen sich Stampfknollen und Ruckblutsoße. Ah ne, Rucks, das waren diese Vögel, meine ich, ne? Anmerkung von Torka. Der Kriegshymnen-Clan ist bekannt für seine scharf gewürzten Gerichte. Manchmal sind sie so scharf, dass man nach jedem Bissen einen Schlachtruf von sich geben will. Leider ist die Gorgor-Pflanze, die früher nahe des Throns der Elemente wuchs, ausgestorben. Die Zandalari-Trolle bauen aber im Dschungel nahe Suldasa Chilischroten an, die ein guter Ersatz sein könnten. Soweit ich weiß, wachsen Gorgron-Pfeffer-Bäume noch immer in den Regionen des Schergrads. Gorgron-Pfeffer, okay. Scharfe, gebratene Talbuk-Steaks vom Kriegshymnen-Clan. Hatten wir das nicht gerade? Ja, lol, zu weit geblättert. Gegrillter Schattenlachs vom Schattenmond-Clan Schneidet den Schattenlachs in dicke Filets. Gebt großzügig Salz, Gewürze und Kochöl auf den Fisch und grillt ihn über einer offenen Flamme drei bis vier Minuten von jeder Seite. Garniert den Fisch mit frisch gepresstem Mondfruchtsaft und zerstoßenen Sternblumen. Als Beilage eignen sich gedämpfte Umbrahüte. Entscheidend ist, dass der Fisch frisch gefangen wurde. Schattenlachs mag eine Delikatesse sein, wurde aber von den Schatten berührt. Daher wird er hochgiftig, wenn er zu lange dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. So geht's mir auf jeden Fall auch. Entscheidend ist, dass er frisch gefangen wurde, ja. Das ist schon mal schlecht für mich als Angel-Noob. Anmerkung von Torka. Leider wurde das Schattenmond-Teil völlig zerstört, sodass man alle Zutaten durch vergleichbare Ingrid- durch vergleichbare Mats ersetzen muss, um die Essenz des Rezepts nachzuempfinden. Wenn ich mich recht erinnere, schmeckt Mondfrucht süß und säuerlich. Das Aroma lässt sich mit Zitronen, die unsere Dunkelsperrfreunde auf den Echo-Inseln anbauen, so wie einer Prise Zucker gut nachahmen. Im Südstrom, der ganz in der Nähe fließt, kommt außerdem eine ähnliche Lachsart vor. Im Gegensatz zu den Lachsen aus Arzorot sind diese Exemplare nicht einmal mit leeren Magie verflucht. Ja, noch nicht, ne? Noch nicht, aber unsere Freundin da hinten hat vielleicht ein Würtchen mitzureden. Botani- und Hummerstrock-Eintopf mit Curry vom Clan des lachenden Schädels. Nehmt einen großen Topf oder Kessel, bringt darin Salzwasser zum Kochen und gart die Hummerstrock-Teile noch im Panzer für rund 20 Minuten. Reduziert die Hitze und gebt Currygewürze sowie Boxhorn hinzu. Öffnet den Botani-Schädel, schabt das Hörnfleisch in großen Brocken von der harten Schale und gebt es in den Eintopf. Lasst den Eintopf köcheln, bis das Botani-Hörn weich genug ist, um es mit einer Gabelmühe los einzustechen. Achtet darauf, euren Botani-Schädel erst zu öffnen, wenn ihr ihn zum Eintopf geben wollt, da die Gehirne rasch austrocknen, sobald ihr die Schale geknackt habt. Mhh, bekömmlich. Anmerkung von Türka. Die Küche vom Clan des lachenden Schädels war bekannt für ihre vielfältigen Aromen und ungewöhnlichen Zutaten von der Insel. Aber ey, Botani haben wir doch, da sind doch ein paar mitgeflohen, als wir die Magal gerettet haben. Erst mal Kontakt zu denen aufnehmen, paar Gehirne klauen, ne? Let's go. Aromen und Zutaten von der Insel Farallon. Ah, oftmals fühlende Kreaturen. Ich vermute, dass sich viele Zutaten durch ähnliche Pflanzen und Tiere aus Azeroth ersetzen lassen, etwa durch Krabben von der Küste Durutas und Kokosnüsse vom Krater von Angoro, obwohl es Farallon seit langem nicht mehr gibt, sind einige seiner Lebensformen in den Biokuppeln im Netersturm erhalten geblieben. Aha. Sieh an. Und das Festmahl für die Ahnen, die letzte Seite. Das Herzstück jedes Koschak ist das große Festmahl, das auf einem Altar in Sichtlinie von Uschogun platziert, um so die Geister der Vorfahren zum Fest einzuladen. Das so platziert ja jeder Clan, der am Koschak teilnimmt, darf ein selbstzubereitetes Mahl zum Fest beitragen, um sich vor seinen Ahnen zu rühmen. Manchmal werden bestimmte Lieblingsspeisen der Verstorbenen serviert, um sie herbeizurufen und ihre Weisheit zu erlangen. Neben Essen werden traditionell auch Fässer voller Bier oder anderen alkoholischen Getränken dargeboten. Das Wichtigste ist, dass alle Besor... äh, dass die Ahnen das Gefühl haben, am Festmahl teilzunehmen. Cool. Sehr schön verpackt. Mit, ja, dem, was die Clans so auszeichnet, ne? Lachender Schädel, die sind halt wirklich auch einfach ein bisschen durch, ne? Das muss man so sagen. Wenn man bei denen hinterfragt, warum die dieses oder jenes machen, dann weil die fertig sind im Kopf. Hey, Gräumga, wir haben euch diese frisch gefangenen Krabben für eure Opfergabe mitgebracht. Geil. Die nehme ich mit. Oh nein, fangt sie schnell. Junge, die sind aber ein bisschen sehr frisch, wahr? Wo ist die andere hin? Oh Gott, meine Pats sind auch noch... ...überfuseln. Jo, der Kollege hier bestimmt. Blut und Donner. Und zwar hier unten, Südstromlachs. Jawohl, drei Stück frisch gefangener Lachse aus dem Südstrom. Sehr nice, hätten wir das auch. Hier drüben haben wir Suja. Vom Kochbedarf, ah ja, die Zitrone. Zitrone von den Echo-Inseln, saftig-sauer. Kokosnuss von Angoro. Außen hart, innen lecker süß. Gorillas lieben sie. Und Sujas süßes Salz. Meersalz gemischt mit Vanille und etwas Zucker. Gut fürs Grillen, hallo. Ey, haben noch nichts gegessen. Die müssen mal ruhig bleiben hier mit ihren Leckersahnen. Ich liebe deinen Mock, dankeschön. Streiten die beiden sich über Bier? Erwachsene sind komisch. Hoffen wir, dass Durak niemals Facebook-Kommentare entdeckt, oder? Damn boy. Erwachsene sind komisch. Oh ja, here we go. Anvil mit der 41. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich brauche einen Krug Bier für meine Opfergabe. Also, ich dachte, die kloppen sich jetzt direkt welches Bier. Nee. Da seid ihr zum richtigen Ork gekommen. Hier, der geht aufs Haus. Die Kriegsfahrtbrauerei fühlt sich geehrt, etwas zu eurem Omgora beitragen zu können. Das ist ja nett. Mögen diese Waren euch gute Dienste leisten. Das war ja unkompliziert, hör mal. Der Kerl da drüben wirkt etwas zwielichtig. Aber wir sollten uns ansehen, was er verkauft. Jaja, das ist dieser Gewürzhändler. Was sucht ihr? Gewürz. Was hast du dabei? Oh. Zandalari-Piri-Piri, kleine Chilischoten aus den Dschungeln-Zandalas, extrem scharf. Und Pharallon-Boxhorn, ein Kraut, das einst vom Clan des lachenden Schädels geschätzt wurde. Mittlerweile wird es in den Bio-Kuppeln des Netasturms angebaut. Ich liebe die Connections. Wow. Gemahlener Gorgron-Pfeffer, gemahlene Pfefferkörner von den Bäumen des Schergrats. Nehmen wir mit. Das ist eine andere Schote? Nö, das dürfte das Wichtigste gewesen sein. Dann brauchen wir jetzt nur noch was? Die Talbook-Steaks. Wo soll der Händler sein? Einer von euch hier? Hast du dieselbe? Oder... War das der Plan? Der Metzger? Ah, der Metzger bestimmt, oder? Auch nicht? Skorpid-Surprise, Junge, ich erinnere mich. Höhe, die Horde! Damn. Wieso werden wir... Ah, da drüben vielleicht, wa? Ich dachte schon, man muss nach Schergrat oder Netasturmen. Dann hätte die Quest auf jeden Fall zehnmal länger gedauert. Da drüben! Ah, Mensch! Da versteckt sie sich. Das ist Nula aus Garada. Sie hat Talbook-Fleisch. Ah, gucke, aus Garada. Jawohl. Da ist sie doch. Seid gegrüßt, Gräumgar. Ich habe das beste und frischeste Fleisch aus der fernen Scherbenwelt im Verkauf. Hoffentlich hilft es euch bei euren Omgora. Da sind sie. Frisches Fleisch von Talbooks der Scherbenwelt. Sie wurden extra für das Koschark importiert. Hoffentlich mit richtiger Kühlkette, ne? Das ist alles. Jetzt müssen wir es nur kochen. Sonst wird es das große Durchfallfest hier werden. Damn. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Haben wir alles auf der Liste gefunden? Torka meinte, es sollte alles in Klingenhügel sein. Oh, ihr müsst schon gehen? Wir haben alles gefunden. Was steht als nächstes an? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Eine würdige Opfergabe. Nun, da wir alles auf der Liste haben, müsst ihr es nur noch zusammenstellen, oder? Das kann doch nicht so schwer sein. Äh, das überlasse ich aber euch. Ich sehe zu. Kochrezepte findet ihr in der klassischen Kochkunst im Bereich der orkischen Küche. Lasst uns bald widersprechen. Okay. Danke für den Hinweis. Das heißt, wir stellen uns hier mal mit hin. Ach so, und hier klassische Kochkunst. Jawohl. Falkosaurier-Eier. Wo wechsle ich das denn? Filter. Hier. Ah, Filter. Okay. Da haben wir es. Klassik. Klassische Küche. Okay. Und hier, genau, ist der ganze Bummis. Okay. Dankeschön, ey. Ich und Berufsfenster wieder, weißt du. Gewürzt und anschließend gegrillter Lachs wird mit Zitrone serviert. Na. Da gehen wir rein. Schön fischi, Alter. Dann haben wir Kokoskrabben-Curry. In exotischen Gewürzen und Kokosnussmilch geschmorte Krabben. Ey, es klingt alles so lecker, ne? Es ist richtig böse, Mann. Kann ich ja auch ne Bestellung aufgeben, oder? Und? Scharfes, gebratenes Steak. Ein Talbucksteak in Trockenmarinade, das über sengenden Flammen gegart wurde. Ausgezeichnet. Da läuft mir aber dat Wasser im Orkmaul zusammen. Von aus dem allen basteln wir jetzt das Festmahl. Ein Festmahl kulinarischer Leckerbissen, sowohl Drenors als auch Azorots. Eine würdige Opfergabe für die geehrten Toten. Na dann, mit dem Bierchen dazu? Sehr gut. Einen Fass besten Kriegerfahrt, Preuß. Sehr gut. Platziert euer Festmahl beim Opfergabenstein im Südosten. Mögen eure Mühen belohnt und eure Opfergabe angenommen werden. Essen die Toten wirklich? Willst du darauf ne Antwort, Bruder? Ich denke, nein. Wir gucken es uns jetzt an. Wir gucken es uns jetzt an, ob die wirklich essen. Dann, da ist es schon. Dann einmal hin mit dem Festmahl. Ihr habt es getan. Wie wissen wir, ob es geklappt hat? Eure Gabe ist würdig. Jo. Ihr habt euch unseren Segen verdient. Oh, shit. Mögen eure Taten, die Orks weiterhin zu Ruhm und Ehre führen. Wow. Wow. Soll ich euch sagen, dass er recht hatte? Und sagt Thrull, es macht mir Mut, ihn aus seiner Isolation geholt zu haben. Ah. Und ihr, Durak, Sohn von Thrull. Ich? Ihr werdet euren Pfad zur rechten Zeit finden. Und er wird euch zu großem führen. Ich gebe mein Bestes. Hab Dank. Geht in Ehre. Immer. Wow. Das sind einfach die fucking größten Orks, die je gelebt haben. Das ist Orgrim, oder? Ja. Orgrim, Grommash, Broxiger, Varok, Durotan und Draka. Holy Hell. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert, weil Draka hat auch ihre Maldraxxus-Rüstung an. Und Grommash ist in der jüngeren Form als in der Magar-Quest-Reihe. Also möglicherweise sind das auch einfach nur Echos und nicht die richtigen Seelen, weil Shadowlands ist jetzt sehr angespannt. Oder hier steht einfach wer mit diesem Sylvie-Trinket, mit dieser Seele des alten Kriegers. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, erschienene Geister. Die sind nur für kurze Zeit erschienen, dann müssen wir mal schnell talken. Wie läuft der Kampf? Seid gegrüßt, Grommgar. Der erste Sucher wahrer Ehre. Ihr seid ein Jäger vieler Tugenden. Besonders Mut und Hartnäckigkeit. Ich bin froh, dass Goel auf eure Hilfe zählen kann. Die Rückkehr des Kosciak stellt einen Wendepunkt für unser Volk dar. Nach vielen Entbehrungen haben wir endlich eine bessere Zukunft erreicht. Draka, Thralls-Mudi und Durotan. Natürlich der Papa dazu. Seid gegrüßt, Grommgar. Der erste Sucher wahrer Ehre. Ich werde endlich das Land namens Durotar mit eigenen Augen sehen. Ach nein. Ich fühle mich geehrt, dass mein Sohn diesen Namen für die neue Heimat der Orks gewählt hat. Hab Dank, dass ihr ihm ein Freund und Verbündeter seid. Er hatte es nicht immer leicht, aber er hat Glück und eine Familie gefunden. Mega nice, Mann. Wow, die beiden, ne? Und dieses Fest hat für die natürlich auch eine ganz besondere Bedeutung, denn da haben sie sich kennengelernt, ne? Drakas Geschichte ja auch eine mit vielen Höhen und Tiefen. Eigentlich zu schwach gewesen. So schwach, dass sie aus ihrem Heimatdorf mit ihrer Family verbannt wurde. Dann hat sie viele Prüfungen gemeistert, ist stärker geworden. So stark, dass sie letztendlich Durotan ins Auge stach, ja? Und die einst schwächliche Draka plötzlich mit Durotan zusammen war. Eine auch wirklich tolle und sehr, sehr herzliche Geschichte. Lauft mit dem Rudel. Warok, seid gegrüßt, Gräumgar, der erste Sucher wahrer Ehre. Es gibt nichts mehr zu sagen. Wir sind stolz auf alles, was ihr erreicht habt und werden über euch wachen, während unser Volk in ein neues Zeitalter eintritt. Überbringt meine Botschaft bitte den anderen. Nach allem, was passiert ist, wollen sie sicher hören, dass am Ende alles gut wird. Ja, und wenn ein Sauerfang das sagt, ne? Oh, Junge. Werdet nicht alt. Broxigar. Die alte Legende. Seid gegrüßt, Gräumgar, der erste Sucher wahrer Ehre. Erre. Wir sind uns sehr ähnlich, bereit, unser Leben für eine größere Sache zu opfern. Die Orks, die Horde, Azeroth selbst. Seid unserem Volk stets ein Vorbild der Ehre und Macht. Gebt niemals eure Bereitschaft auf, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Lokta Ogar. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Ich freue mich schon auf die Geschichten eurer Triumphe. Heiliger. Broxigar war ja seinem Tod ins Auge blickend, Sageras selbst entgegengesprungen, wenn ich nicht irre. Wow. Der Kollege hat auch viele Schlachten geschlagen, viele Kriege gekämpft und sprang dann dem Untergang selbst entgegen. Also noch orkischer geht's was gar nicht. Darum steht er vermutlich auch neben Grommarschen. Wow. Herr Höschrei, seid gegrüßt, Gräumgar, der erste Sucher wahrer Ehre. Seht, wie weit die Orks gekommen sind. Zu meiner Zeit gab es nur das harte Überleben und eine Gefangenschaft nach der anderen. Ich weiß, dass die Erinnerung an mein Opfer oft missbraucht wurde, aber ich habe Verständnis für jeden, der für eine bessere Zukunft der Orks kämpft. Alles, was seit meinem Tod passiert ist, hat zu diesem Moment der Einigkeit geführt. Wenn ich eines bereue, dann, dass ich meinen Sohn nicht auf einen besseren Pfad führen konnte. Lass sein Schicksal eine Warnung für alle sein. He knows. Daddy Grommarsch weiß Bescheid. Krieg der Ahnen war das, genau. Es ist schon sehr lange her, deswegen keine Schande, wenn viele Broxiger nicht mehr kennen. Aber der war auch vor Ort. Krieg der Ahnen hat gekämpft wie ein Berserker und ist dann Sageras selbst in die Fresse gehüpft. Heiliger. Orgrim, seid gegrüßt, Gräumgar, der erste Sucher wahrer Ehre. Wie sehr sich alles verändert hat, seit ich in Arati fiel. Die Orks sind in ein neues Land gekommen, doch diesmal frei von der Unterdrückung der Menschen. Sie haben ihren Platz inmitten all dieser Völker gefunden. Wahre Waffenbrüder und Schwestern. Ich bin so stolz auf euch alle. Und um ehrlich zu sein, ich bin froh, dass Thrall nach den Jahren seines inneren Kampfes wieder meine Rüstung trägt. Er war immer zwischen seinem inneren Krieger und Schamanen hin und her gerissen, aber anscheinend hat er endlich seinen Frieden gefunden. Cool. Was für ein Moment, Mann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also noch geiler hätte man es for real nicht machen können. Wow. Und für Durak. Warum seid ihr hier? Aus so einem Moment, ne, dass ein Sauerfang umringt von diesen Legenden auf ihn zukommt und sagt, ey, du wirst deinen Weg schon finden, ne. Musst dir keine Sorgen machen, Mann. Krass. Wunderschön gemacht. Die Kraft des Essens, Leute. Vorsichtig da draußen. Die Kraft des Essens. Ist das wirklich gerade passiert? Vater spricht oft über Sauerfang. Er vermisst ihn. Oh, ja, ich auch, Bro. Aber da müssen wir durch. Wir sehen ihn ja regelmäßig bei den Zap-Bomben, ne. Wie es so ist. Die Erinnerung, sie lebt weiter. Geico, vielen Dank nochmal, du Verrückter. Vielen lieben Dank. Eine würdige Opfergabe. Ist eure Aufgabe abgeschlossen? Ihr habt eure Sache gut gemacht. Es kommt nur selten vor, dass die Ahnen vor einem Opfer in diese Welt kommen und sich manifestieren. Eure Gabe muss wahrlich würdig gewesen sein. Ich hoffe, dass Durak zu schätzen weiß, welche Ehre ihm gerade zuteil wurde. Sobald das Omgora beendet ist, solltet ihr die Nachrichten weitergeben, die ihr für die anderen erhalten habt. Ich denke, das wäre ihm sehr recht. Sie zwinkert euch kurz zu. Ah, Agra weiß Bescheid. Geht mit Ehre. Schön, ja, die spürte das als Schafseherin bestimmt schon ein bisschen länger, ein bisschen doller, ne. Hallöchen, da sind sie alle. Oh, Boys. Rall selber natürlich auch. Trumka! Ihr wollt mehr über den Schwarzwälds-Clan erfahren? Wir stammen aus Gorgond auf Draenor und haben nach der Invasion unser Zuhause am Schwarzwälds gefunden. Unser Häuptling Schwarzfaust war der erste Kriegshäuptling der Horde. Er war grausam und machthungrig und wurde schließlich von Orgrim Schicksalshammer gestürzt, was die Loyalitäten unseres Clans gespalten hat. Die wahren Schwarzwälds-Orks unter uns legen Wert auf Stärke, sowohl des Körpers als auch der eigenen Bestimmung. Varok Sauerfang und sein Bruder Broxigar waren vom Schwarzwälds-Clan. Und auch wenn sie nicht mehr sind, streben wir danach, unser Leben nach ihrem Vorbild von Heldentum und Aufopferung zu bestreiten. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr uns beitreten würdet, Gräumgar. Ah, das ist schwer. Das wird schwer. Runders mit dem dritten Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht und jetzt wird weiter diskutiert. Der Lifestyle. Auf bald. Joran, ihr wollt mehr über den Klan des blutenden Auges erfahren? Gerne. Das ist auch so toll und kompakt gemacht für Leute, die jetzt nicht die 300 Bücher gelesen haben. Ne, liebe ich. Vor der Zeit der Horde lebten wir in der Wildnis des Tanan-Dschungels. Mein Vater, Kilrock-Totauge, führte einen Großteil unseres Clans in den Krieg in Azeroth. Wer nach dem Zweiten Krieg nicht nach Drenur zurückkehrte, wurde gefangen genommen und in Internierungslager gesteckt. Dadurch war mein Klan lange gespalten. Bis heute. Wir sind bekannt für Rituale, die viele wohl als dunkel bezeichnen würden. Dunkel, mhm. Wir scheuen uns nicht, solche Mittel zu nutzen. Wir wissen, was das Schicksal für uns bereithält und tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Ihr habt große Taten vollbracht und in vielen Schlachten gesiegt, Rolmgar. Der Klan des blutenden Auges würde euch mit Freude aufnehmen. Ja, die stechen sich ja nicht einfach so ein Auge aus, sondern opfern das, wenn man so möchte, um einen Blick auf ihr eigenes Ende zu erhaschen. Und darum ist dieser Klan eben auch immer sehr kulturell, viel mit Blut und dunklen Riten unterwegs gewesen. Und das ist halt wenig überraschend, wenn man diesen Hintergrund kennt, womit es schon anfängt. So, mein Sohn, du bist jetzt alt genug. Darf ich jetzt Alkohol trinken, Papa? Nein. Darf ich mich mit Mädchen treffen, Papa? Nein. Du darfst dir dein eigenes fucking Auge ausstechen. Juhu! Für die Horde! Vater-Sohn-Aktivitäten! Grüße, Rolmgar. Ihr wollt mehr über meinen Klan wissen? Der Kriegshimmeln-Klan stammt aus den Ebenen von Nagrand auf Drenor. Der mächtige Grommasch-Hölschrei hat den Klan als Vorhut der Horde nach Azeroth geführt. Trotz unserer Niederlage im Zweiten Krieg konnten viele aus dem Klan der Gefangennahme entgehen. Später schloss sich Thrall uns an, um die anderen aus den Internierungslagern zu befreien. Äh, andersrum, sie schlossen sich Thrall an, ne? Um eine neue Heimat zu finden. Lokta Ogar. Das definiert den Kriegshimmeln-Klan. Wir schätzen können auf dem Schlachtfeld über alles, sondern sind bekannt vor unserer gefürchteten Kriegsschreie. Doch trotz allem haben wir aus der Vergangenheit gelernt. Wir werden nie wieder unsere Ehre für den Sieg opfern. Der Fall von Grommasch-Hölschrei stellte das sicher. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite im Kriegshimmeln-Klan zu kämpfen. Ganz spannend auch, das haben sie jetzt hier nicht erwähnt. Wir können da nochmal nachfragen, aber die haben ja ursprünglich ihren Namen nicht nur wegen dem Gesang, den die anstimmen, sondern weil die in ihren Waffen quasi auf einer Seite, oder wenn es so eine Achse mit einem normalen Kopf ist, ja, dann gegenüber von der Klinge, da haben die Löcher reingestanzt. So, dass du rechts die Klinge und links so einen Kopf voller Löcher hattest. Und das nicht, weil sie Käse mögen, sondern weil wenn die dann angeritten kam und ihre Äxte über ihren Kopf geschwungen haben, dann ergab das eben diese Kriegshymne, ja. Und wenn du das gehört hast, diese sorrenden Waffen, durch deren Köpfe der Wind pfeifen konnte, dann wusstest du, oh boy, heute werden wir mieser Bums, ja. Und deswegen hat sich das mit dieser Kriegshymne so etabliert. Finde ich auch ganz spannend. Ich wusste nicht, dass ihr zum Kriegshymnen-Clan gehört, ja. Ei, ich habe in der Kriegshymnen-Offensive gekämpft, um das Gedenken meiner Familie zu ehren. Meine Eltern waren vom Kriegshymnen-Clan und brachten meine Schwester und mich durch das dunkle Portal. Das hatten wir in der Form schon, ne? Okay, ich dachte, sie hat nochmal eine neue Info. Dronholde eingesperrt, ja. Okay. Lagas, Raul, Durotar. Dar ist dasselbe wie vorhin. Okay. Ziert in Ehren. Hätte ja sein können, dass sie jetzt noch eine coole Häuptlingszusammenkunftsinfo hat. Aber nein. Oktirion, hi, Dankeschön. Was braucht ihr? Wir wollten mehr über den Drachenmahl-Clan erfahren? Na gut, ich erzähle euch von unserer traurigen Geschichte. Mein Clan bestand einst aus gefürchteten Jägern und Rülak-Reitern, die an der Grenze zwischen dem Frostfeuergrat und Gorgond lebten. Wir erhielten den Namen Drachenmahl, nachdem Todesschwinger uns die Macht verlieh, die roten Drachen zu unterwerfen. Doch nach all dem Verlust unserer Drachen wurden wir einsam und verzweifelt. Wir versuchten, neue Sklaven zu finden. Die Neterschwingen und schwarzen Drachen konnten sie aber nicht beherrschen. Letztendlich schlossen wir uns Hörschreis Horde an, nur um einen weiteren Anführer zu verlieren. Zum Thema Hörschrei, ne, wie gesagt, heute neues Hörbuch zu Garrosh und gestern Abend haben wir ja schon eins gehört von Grommarsch und dem Kriegshimmeln-Clan. Alles auch in der Hörbuch-Playlist auf YouTube nochmal zu finden, wer da jetzt Org-Blut geleckt hat, ja, gibt's ein paar schöne Storys. Letztendlich schlossen wir uns Hörschreis Horde an, nur um einen weiteren Anführer zu verlieren und mit ihm den letzten Rest unserer Ehre. Wenn ihr euch mit diesem Wissen immer noch dem Drachenmahl-Clan anschließen wollt, heißen wir euch gern willkommen. Der Drachenmahl-Clan ist unehrenhaft, warum sollte ich mich euch anschließen? Ihr habt recht, die Grollhauer waren lange Unterstützer von Negros Schädelberster und seinem Sohn. Er hat uns nichts als Tod und Ehrverlust eingebracht. Ich sage euch was, ich will einen neuen Ort in Azeroth und dieser neuen Horde finden. Einen neuen Ort, ach so, mit dieser neuen Horde und so, alles neu, alles schön, ja. Für mein Volk. Und ich will es aus unserer eigenen Stärke schaffen, nicht mit Hilfe eines weiteren versklavten Volkes. Wenn der Drachenmahl-Clan vorher ausstirbt, dann soll es so sein, okay. Er arrangiert sich mit allem, was hier passieren kann. Das ist gut. Kraft und Ehre. Ihr kommt, um die Gebräuche der zerschmetterten Hans zu erlernen? Ich kann sie euch verraten, doch dann müsste ich euch töten. Kleiner Scherz. Hey, Junge, richtige Ulknudel, ne? Vor langer Zeit lebte unser Clan in den Spitzen von Arak auf Drenor. Unser Gründer war eine Gruppe von Gladiatoren-Sklaven, die vor den Hochfelsogern geflohen waren. Der Name des Clans stammt von der Tradition des Clans, sich eine Hand abzuschneiden und durch eine Waffe zu ersetzen. Das ist nicht länger vorgeschrieben. Heutzutage dienen wir Orgrimma als Spione und Attentäter. Wir schätzen Skrupellosigkeit, Gerissenheit und die Bereitschaft zu tun, was getan werden muss, um den Frieden für den Rest unseres Volkes zu gewährleisten. Wir haben eure Taten aus den Schatten heraus beobachtet, Gräumgar, und würden euch mit Freude in unseren Rängen begrüßen. Krass. Es gab auch vor W.O.D. eine wunderbare Reihe, die da hieß, Herren des Krieges oder so ähnlich. Und das waren Kurzfilme, sehr dreckig gezeichnet und auch animierte Kurzfilme, die genau diese alten Bräuche und die Kriegsherren, die Warlords of Draenor eben beleuchtet haben. Ja, also wer das Ganze auch noch mal bildlich sehen möchte, irgendwie mal Herren des Krieges, W.O.D. bei YouTube reinhauen oder so, auch richtig schöne Filmchen mit ganz vielen tollen Infos dieser Art. Was ist mit Gordul geschehen? Ich dachte, er führt die zerschmetterte Hand. Er wurde gestürzt. In unserer Tradition muss der Stärkste herrschen. Keine Sorge, ich habe ihn nicht getötet. Er ist hier beim Koscharg, falls ihr mit ihm sprechen wollt. Er hat bestimmt richtig Bock. Der hat richtig Bock. Nur noch mal kurz gecheckt, ob wir auch da noch eine extra Option haben. Ihr wollt mehr über die Frostwölfe erfahren? Der Frostwolf-Clan stammt ursprünglich vom Frostfeuergrat auf Draenor. Auf Azeroth leben die meisten von uns jetzt im Alteraggebirge. Wir sind dafür bekannt, unser Leben an der Seite der Wölfe zu verbringen, stolze Krieger und Jäger zu sein und eine enge Verbindung zu den Geistern der Elemente und unserer Ahnen zu pflegen. Wir schätzen Ehre über alles andere und streben danach, stets das Richtige zu tun. Ich bin sicher, ihr kennt die Geschichte über meinen Vater, Durotan. Er kämpfte für die Freiheit unseres Volkes. Wenn ihr euch den Frostwölfen offiziell anschließen wollt, wäre es uns eine Ehre, euch aufzunehmen, Gräumgar. Ja, also Durotan, natürlich eine orkische Ikone. Nicht umsonst stand er bei den Geistern mit dabei und hatte, glaube ich, eines der brutalsten Enden, was das Leben betrifft, überhaupt. Weil die Frostwölfe, so auch Durotan, Draka und dann Baby Thrall seinerzeit, die arbeiteten ja im Stillen gegen Gul'dan und diese ganze Verderbnis, diese ganze damals neue Horde mit ihren Intrigen und dämonischen Meistern und, und, und. Und das hat Gul'dan und seinen Assassinen nicht so gefallen. Deswegen hat er den auch welcher auf den Leib gehetzt. Und ich glaube, Baby Thrall wurde dann im Wald fallen gelassen, Durotan und Draka getötet und Durotan wurden auch einfach die Arme abgeschnitten. Also ganz fürchterlich, ja, nahezu Folter, wie die beiden da ihr Ende fanden. Und Baby Thrall wurde dann im Wald zurückgelassen, um einfach von wilden Tieren zerfetzt zu werden. Also da kannten die Assassinen überhaupt gar nichts. Und es war wirklich fürchterlich zu lesen, wie diese eigentlich lieben Orks, die für Freiheit und gleiches Recht von allen kämpften, ja, derart im Wald zerstückelt und auseinandergenommen wurden. Und Baby Thrall wurde dann ja von Menschen gefunden, ne, und dann ging diese ganze Geschichte mit seinem Gladiatoren-Dasein los. Und vieles von dem, was wir hier heute mit Internierungslagern und Co. gehört haben, das hing da auch mit drin. Tja, ich bin eigentlich Team Frostwolf, aber was mich heute begeistert hat, das war Gorgonar tatsächlich. Also das hat ja richtig gut zu allem gepasst, was wir heute auch besprochen haben. Deswegen hätte ich Bock auf Kriegshymne. Seid ihr sicher, dass ihr diesem Clan beitreten wollt? Ja. Ich freue mich, das zu hören, Gräumga. Kommt, sprechen wir mit der Scharfseherin über eure Aufgabe. Muss ich jetzt mit ganz vielen Orks diese Questreihe machen, weil jeder eine andere hat? Oder vermöbeln wir jetzt draußen einfach jeweils andere Clan-Orks? Das wäre ja auch big, wenn einer von denen jetzt ein richtiges Lore-Secret dabei hat, ne? Ah, damn, boy. Oh, wait, wir checken grad, ob jetzt oder später. Tromkar! Ah, jetzt direkt. Danke für den Hinweis. Es wärmt mein Herz, so viele von uns vereint zu sehen und nicht auf dem Weg in einen Krieg. Sauerfang hatte eine Botschaft für euch. Haltet! Nur im Tod würde er es gestehen. Ich vermisse ihn. Oh, ha, 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 ha. Ach, Mann. Wie sad. Lock da. So viele sind unserem Ruf gefolgt und haben sich dem Koshak angeschlossen. Es ist schön, alle wiederzusehen. Sauerfang hatte eine Botschaft für euch. Sauerfang? Was war seine Botschaft? Twitch Prime ist kostenlos. Und ihr glücklicherweise auch. Ah, Daddy. Okay. Ich distanziere mich von dieser Ansage. Ha, 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 bro. Okay. Naja, dann gehen wir mal schnell wieder raus. Aber sweet. Sehr, sehr sweet gemacht, gucke. Können wir hier sofort überbringen. Nice. Was für tolle Connections. Aber wie frech, ne? Ich hätte es jetzt fast übersehen. Unglaublich. Danke für den Hinweis. Mokra. Ihr habt euren Weg gewählt. Seid ihr bereit, ihn zu beschreiten? Mögen die Ahnen über euch wachen. Ich hoffe. Ruhm der Horde. Es ist mir eine Ehre, meinen Clan im ersten Koshak kennen wir schon. Die langen Messer. Lebt wohl. Scharfseherin Agralan und ich haben entschieden, dass der Segen des Clans an das Om Rigor angelehnt sein wird. Wir legen immer noch Wert auf die Fähigkeit eines jungen Orks zu jagen und zu töten. Ihr müsst als Champion des Kriegshimmeln-Clans ohne eure Rüstung eine Bestie aufspüren und töten. Und zwar nicht irgendeine beliebige Bestie, sondern eine, die für jemand starkes wie euch eine Herausforderung ist. Wir haben beschlossen, dass ihr ein unbekanntes Monster jagen werdet, das es auf die Bewohner des Tals der Prüfungen abgesehen hat. Die Päons nennen es mittlerweile Gorkrosch, die langen Messer. Sucht Kaltung auf und geht der Suche nach. Sobald ihr die Bestie getötet habt, müsst ihr euch eine Trophäe als Beweis nehmen und euer Gesicht mit ihrem Blut bemalen, um der Scharfseherin zu zeigen, was sie getan hat. Lokta Ogar bringt euch und dem Kriegshimmeln-Clan Ehre. Vorwärts denkt daran, eine Trophäe von eurer Jagd mitzubringen und euer Gesicht mit dem Blut eurer Beute zu färben. Und es ist euch verboten, eine Rüstung zu tragen, bis Gorkrosch erlegt wurde. Geht mit Ehre. Das mit der Rüstung kommt nicht von Thrall, oder? Ich hab da jetzt ein bisschen Bedenken. Okay, wir gehen mit Ehre. Deine Mutter ist kostenlos, ne? Genau so nämlich. Da oben, der Segen des Landes. Ne, da unten, die langen Messer. Was für eine schöne, lange Questreihe. Kommt mir gerade auch länger vor als einige der letzten, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich hier 700 Jahre mit jedem der NPCs quatsche und man halt jeden Zweiten einfach kennt, ja? Das war bei den Worgen zum Beispiel nicht so. Da hattest du halt Tess und da hattest du Graumähne, dann hattest du Gelneas. Da konntest du sagen, cool, dat ist Gelneas, ne? Hier sind die Worgen und dann warst du fertig mit der Story, ne? Hier ist das ein bisschen anders, nehme ich mal an. Und ich genieße es sehr. Cool, genauso soll es sein bei Menschen und Orks, oder? Die ja doch als Völker mit ihren Präsenzen ein bisschen, ja, mehr zu sagen haben, einfach in vielen Bereichen oder hatten, ja? Finde ich sehr, sehr gut. Champion der Orks, ihr seid der Champion. We got a deal. Der Champion eures Clans. Während der Jagd auf Gorgrosch ist es euch untersagt, Rüstung zu tragen. Hab ich aber getrickt, das System, ne? Ehre. So muss es sein. Den Neuschee, vielen Dank für dein Prime. Was braucht ihr? Dankeschön. Das Tal der Prüfungen, ne? Mit Kalt und Quatschen, was machen wir jetzt? Peons aufwecken? Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Seid ihr das, Gräumgar? Seht euch an, wie ihr gewachsen seid. Aber warum seid ihr hier, der erinnert sich for real. No way. Haben sie euch geschickt, um Gorgrosch zu erledigen? Den Ahnen sei Dank. Für die Horde. Dem Mörder auf der Spur. Gorgrosch, die langen Messer, versetzt das Tal der Prüfungen seit Wochen in Angst und Schrecken, seit Wochen, und keiner macht was. Die armen jungen Orks. In Angst und Schrecken. Es werden Orks vermisst, und viele unserer jungen Schüler wurden verletzt. Die Peons nennen das geheimnisvolle Angreifen die langen Messer, weil die wenigen Leichname, die wir gefunden haben, alle lange, schreckliche Schnittwunden am Rücken hatten. Die Peons sind verängstigt und verweigern die Arbeit. Wir wissen nicht, mit wem oder womit wir es bei Gorgrosch eigentlich zu tun haben, aber es ist in jedem Fall äußerst gefährlich. Bitte findet dieses Monster und setzt diesem Wahnsinn ein Ende. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Okay, wir quatschen also mit Peons, oder was? Der Großknecht. Da ist er. Nicht noch einer. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Peons zu verlieren. Lange Schnitte, vielleicht von einer Klinge, genau wie bei den anderen. Glaubt ihr wirklich, Gorgrosch war das? Saboron vielleicht, wäre heftig. Das kann ich nicht sagen, aber wir müssen es ernst nehmen. Das ist der dritte Tote mit denselben Wunden. Ihr meint wohl der dritte, den wir gefunden haben. Ich vermisse noch zwei weitere. Uff, der Arme, den können wir nicht wieder aufwecken, indem wir den kaputt knüppeln, ne? Sehr belastend. Da drüben bei den Lehrern gibt es Infos. Ah ja, der Jägerlehrer. Ich habe in der Nähe Hinweise auf Raptoren gefunden. Es ist ungewöhnlich, sie so weit außerhalb des Brachlands zu sehen. Ach so, Schnittwunden, vielleicht auch so eine Raptorklaue, ne? Jurassic Park bist du's? Hm, ich bin nicht mal sicher, ob Gorgrosch wirklich existiert. Diese Arbeiter machen für allesgleichen Fasse auf. Toll. Das ist jetzt nicht so der geilste Hinweis. Aber da hinten, guck mal. Da sieht es ja höchst verdächtig aus. Dann machen wir gleich mal die Flatter. Moin! Was geht hier? Zug, Zug. Bitte, ich glaube, ich schaffe es nicht. Sie ist tot. Ihr seht zwei lange blutige Schnitte auf ihrem Rücken. Oh nein! Nein! Das ist wirklich eine junge Questerin hier gewesen. Ich dachte, sie spricht über jemanden, aber nehmt die Kaktusäpfel. Sie hat gerade diese Quester machen wollen. Oh nein! Jetzt ist sie gerichtet worden. Oh, wie böse. Aber das kennt man von früher. Für die Kaktusäpfel warst du am Sammeln. Auf einmal spawnen da drei Skorpione um dich rum, ne? Da ging's uns genauso. Galgas Kaktusapfel Surprise. Die letzten Worte der jungen Orgfrau äußerten die Bitte, Galga, diese Kaktusäpfel zu bringen. Werdet ihr diese Bitte erfüllen? Wir kriegen wirklich nochmal zehn. Diese Überraschung ist, wie enttäuscht ihr seid. Geil! Die Überraschung ist Enttäuschung, Freunde. Das kenne ich sonst nur, wenn ich IHL den Briefkasten öffne. Aber wir sehen, WoW, ne? Hat auch wieder so ein paar IHL-Passagen. Damn, boy! Das ist ja einfach nur evil. Oh Gott. Das hätten wir sein können, ne? Das hätten wir sein können. Beinhaltet die Träume und Hoffnungen eines jungen Abenteurers. Und Kaktusäpfel. Das geht einfach Hand in Hand, ja? Hervorragend. Hi, dir zuzuhören ist richtig entspannt. Das freut mich. Dankeschön. Raus damit! Ach, hallo Gräumga. Was habt ihr denn da? Ich habe Träume und Hoffnungen. Kraft! Warum bringt ihr die denn? Ich hatte doch... Oh nein. Dafür sollte doch niemand sterben. Ich stelle allen jungen Orks diese Aufgabe. Die soll doch einfach sein. Oh no. Jetzt hat unser Questgeber hier einen Downer, ne? Noch nie ist wer beim Sammeln der Kaktusäpfel gestorben. An den Kaktusäpfeln. Und jetzt... Jetzt ist es passiert. Jetzt hat er einen auf dem Gewissen, ne? Nach all den Jahren, WUW. Scheiße. Also danke, dass ihr sie für sie hergebracht habt. Hoffentlich habt ihr Freude an der Belohnung. Seid sicher. Wow. Habt ihr mir gerade einer meiner alten Lieblingsquests versaut? Oder doch aufgewertet? Man weiß es nicht. Wir brauchen aber noch mehr Hinweise tatsächlich. Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Ja, vielen Dank für eure vielen lieben Worte, Freunde. Das weiß ich sehr zu schätzen. Hallo, Herr Päon. Du lebst noch. Muss was getan werden? Ah, tut mir nicht weh. Bitte verschont mich, Herr Gorkrosch. Ich werde ein braver Päon sein. Nein, nein, nein. Was ist passiert? Nein, nein, nein. Wait. Nochmal? Na? Oh, oh. Hab ich einen DC? Oder bugt nur irgendwas? Ja. Es bugt nur. Großes Monster springt raus. Blass wie Geist. Tötet Freund, dann verschwindet. Bitte lasst es mich nicht töten. Na gut. Ich werde es versuchen. Ich suche Hinweise, Bruder. Ich bin unterwegs. Er hat sogar 56 Kupfer gegeben. True. True. Goldgeil-Ingjunge. Mehr Äpfel. Oh, eine Spur. Ihr habt einen sehr großen Abdruck von einem Tier mit drei Zehen gefunden. Er stammt von einem Raptor oder ähnlichem. Das ist der alarmierende Beweis, dass Gorkrosch real und in der Nähe ist. Ja, dann sagen wir Bescheid. Ich hoffe, der killt jetzt nicht hier den Questgeber, den alten. Das wäre ja Ultra-Pain. Das wäre kein schöner Neustart. Und da ist wirklich ein neuer Spieler oder was? Ah ne, das ist auch so ein Random-Dude. Okay. Dem Mörder auf der Spur. Was habt ihr herausgefunden? Ihr erzählt Kaltung von dem großen Fußabdruck mit drei Zehen, den von Karanisha erwähnten Raptoren, dem Zeugenbericht des Peons und den Leichnamen mit tiefen Schnitten. Das soll also heißen, dass Gorkrosch in Wahrheit ein riesiger weißer Raptor ist? Seid sicher. Kann ich den zähmen? Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Gorkrosch in die Enge treiben Wenn Gorkrosch wirklich ein Raptor ist, müsst ihr ihn aufspüren können wie jedes andere Tier auch. Seht einmal, ob ihr seine Spur finden könnt. Wir wissen, dass er in letzter Zeit hier war. Stellt ihn in seinem Versteck und setzt dem ein für allemal ein Ende. Kehrt unbedingt sofort nach Klingenhügel zurück, wenn ihr eure Beute getötet habt. Die Schafseherin muss einen Beweis dafür sehen. Ich danke euch, Gräumgar. Mögen die Geister eure Klinge führen. Loktar. Na denn, hier rüber, da weiter. Das ist ja witzig gemacht, man wie so eine Witcher-Quest. Erstmal den Spuren hinterher. So, hier hoch. Und noch höher, wa? Ah, hier oben, oder wie? Junge. Der hat aber wirklich Oberschenkelmuskeln, hör mal. Da hinten. Gut, hier war ich auch wirklich noch nie, glaube ich. Da ist sein Nest sogar. Oh, es gibt mehrere davon. Das ist ja toll. Lecker Päons. Spur gefolgt. Ja, dann tatschen wir mal seine Eier an. Das mögen viele nicht so. Und dann kommt er. Uh, die langen Messer. In Versch... Wow, du bist ja ein Hübschi. Wait a second. Wait a second. Wo ist hier Wildtierkunde? Da? Nicht sehmbar. No! No! Oh, wie böse. Wie böse. Dann müssen wir wohl rein. Und hoffen mal, dass Gorkosch ordentlich auf den Sack bekommt jetzt. Tenebras, vielen Dank für die Abo-Verlängerung. Und den Nadrix mit dem 21. Vielen Dank. Lass dir gut gehen. Ganz viel Glück und Gesundheit für die Zukunft. Bleib so großartig, wie du bist. Vielen Dank. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. So, wir haben seine langen Messer. Und wir haben sein Blut, mit dem wir uns jetzt einschmieren. Zack. Sehr schön. Ich wäre eh schon rot bemalt. Ne, das passt. Den hätte ich trotzdem gern gezähmt. Aber bei allen anderen Jäger dann natürlich ein bisschen doof, ne? Das wäre nicht so gut gelaufen. Langes Messer. Eine der langen Krallen des Raptors Gorkosch. Guti. Zurück zur Scharfseherin. Und dann haben wir oben nur noch den Segen des Landes. Den Geist vom Donnergrat suchen. Okay. Dann checken wir das mal aus. Sehr schöne Questreihe bisher. Also auch, dass wir jetzt ganz zurück ins erste Stahlgebiet wuseln. Damn. Tolle Connection, ey. Besser hätte ich es mir nie wünschen können. Sagt, was ihr denkt. Habt ihr die Trophäe? Habt ihr euer Gesicht mit dem Blut eurer Beute bemalt? Ihr erhaltet euren Segen erst, wenn es getan ist. Geht mit Ehre. Agra begutachtet das Blut auf eurem Gesicht sorgfältig. Sie nickt. Offenbar zufrieden mit dem, was sie gesehen hat. Ihr habt ihn sauber erlegt und die Jungen und Schwachen ehrenhaft verteidigt. Die Geister sind erfreut. Ihr habt euch den Segen des Clans verdient. Ihr könnt eure Kleidung zurückhaben, das aber nett. Mögen die Ahnen über euch wachen. Der Kriegszümnen-Clan nimmt eure Trophäe an. Lokta Grolmgar. Nice. Und Thrall ist auch mit draußen, okay. Ja, der wollte kurz gucken, ob ich die Klamotten auch wirklich wieder anziehe, ne. Kann ich verstehen, mein Freund. Ich bin schon wieder auf dem Pferd, Mysterioso. Ja, ja. Ich mach mich hier verdächtig, ne. Höchst verdächtig. Und ein Geist vom Donnergrat. Was soll das sein? Eine von den ertrunkenen Donnerechsen hier. Die waren ja früher, ne. Richtig pain. Und dann kam ja diese wunderbare Flut und hat alle einfach absaufen lassen. Darum wäre das jetzt wohl sehr passend. Oder ich hab einfach schon vergessen, was Agra erzählt hat. Oh. Sein Augeblitz. Damit hab ich nicht gerechnet. Wer tritt vor mich? Ah, ein Ork auf der Suche nach unserem Segen. Helft mir, diesen Ork zu heilen, und ihr sollt ihn bekommen. Hört mir zu, junger Ork. Ich bin der Geist, der dieses Gebiets schützt, das euer Volk Donnergrat nennt. In der Schlucht unter uns gedieh einst das Leben. Mit eurer Hilfe könnte dies wieder geschehen. Helft mir jetzt, und beide unserer Völker werden davon profitieren. Der Geist vom Donnergrat. Das Leben kann nur gedeihen, wenn ein empfindliches Gleichgewicht aufrechterhalten wird. Die Ankunft eures Volkes und der Menschen war nur das Erste in einer Reihe von Ereignissen, die das Land letztlich veröden ließen. Euch persönlich trifft keine Schuld, doch es liegt in eurer Macht, wiederherzustellen, was einst war. Taucht in das Wasser unter uns und bergt die im Schlick vergrabenen Samen. Sie sind eine Erinnerung an den uralten Wald, der einst in Harmonie mit meinem Volk wuchs. Doch nehmt euch in Acht. Die Elemente hier sind in Aufruhr. Ja, immerhin spricht's mal einer an, dass die Elemente ein bisschen durchdrehen, ne? Das ist ja merkwürdig. Dieser Ort wimmelte einst nur so von Leben. Das könnte er wieder tun, mit eurer Hilfe, na dann. Gucken wir mal, dass wir das hinbekommen, ja. Bin gespannt. Die Prüfung des Clans von dem Warsong ist übrigens dieselbe wie von den Frostwölfen. Okay, dankeschön. Dann muss man's nicht noch hundertmal machen. Was soll das hier sein? Geschwollener Leerwandler. Ach, die gab's ja auch hier. Die Leerwandler, ja, ich erinnere mich. Hier diese Beschwörerkreise. Ah ja, und die Elementare, die nicht so Bock haben. Unter Wasser quälst. Ja, Mann, feinster Tiefsee-Content. Aber, das war doch auch neu, oder? Das HD-Loot-Symbol. Oder hab ich das verpeilt? Ich bin ja auch am PTR hin und her tingeln. Aber guck mal hier, das ist ja auch ein bisschen neu gemacht, oder? Diese Loot-Säckchen da. Die kleinen Changes. Oder mir ist es jahrelang nicht aufgefallen, weil ich nicht loote. Ja, das kann auch immer sein, wenn einem sowas auf einmal ins Auge springt, ne? Verdächtig, sag ich. Sehr verdächtig. Ein Überbleibsel der uralten Bäume, die einst am Donnergrat wuchsen. Vielleicht wachsen sie hier irgendwann wieder. Wir züchten einfach so ein paar fette Mangroven, oder? Mit so riesigen Wurzeln tief runter. Glaub schon, ist neu. Dann stach mir das jetzt nicht als einzigem ins Auge. Das ist schon mal gut. Für dich ist nur folgende Option wichtig in den Optionen. Jetzt wurde so alt wie Chlor bis Mauszeigergröße. Auch seit heute neu. Ah, gucke. Gucke, gucke. Die denken mit dir, ne? Auch ein schönes Geburtstagsgeschenk. Hahaha, großartig. Samen einpflanzen. Yay. Oh, da ist er. Der uralte Wald wird wiederkehren, wenn es an der Zeit ist. Meine Art wird wiederkehren, wenn es an der Zeit ist. Ova, Noe. Ihr habt dies mit euren Händen in Bewegung gesetzt. Habt unseren Dank, Gräumgar. Geht in Frieden. Und das war's schon. Das war ja schnell, hör mal. Das war ja schnell. Aber ebenso schön. Dino-Britzelauge. Das ist sein eigentlicher Name, genau. Herr Britzelauge. In der Magar-Quest kamen doch neben den Orks auch diese Pflanzenmenschen, diese Botani genau, aus Gorgron mit nach Azuroth. Können die sich nicht einfach darum kümmern, alles wieder grün werden zu lassen? Ja, ich glaube, zum einen haben die keinen Bock vorbeizukommen, weil eins der Rezepte hier beinhaltete ja ihr Gehirn. Ich glaube, das wollen die nicht spenden. Und Botani haben wir ja sehr maß- und grenzenlos kennengelernt, mit Hinblick auf einen immergrünen Flor oder früher dann diese ganzen Sporenhügel-Geschichten. Also, wenn wir denen auch nur halbwegs freie Hand lassen, dann haben wir wieder Genesaurier überall rumlaufen und das Leben, das hier wuchert, deswegen ist ja, glaube ich, keine so richtige Option. Insofern Blizzard die nicht vergessen hat, ja, da sind Botani und auch Goren, also diese Steinfresser mit Säurespucke, die sind ja auch mitgekommen und seitdem haben wir nichts mehr von denen gehört. Sollten wir im Hinterkopf behalten, völlig richtig, aber die irgendwas machen zu lassen, ist, glaube ich, immer scheiße. Ich glaube, das wird tatsächlich nicht so geil werden. Die könnten sich gut mit Stachelebern verstehen, das stimmt so. Ranke und Ranke gesellt sich gern, ja. Morkra? Ihr seid zurück. Ich darf annehmen, dass ihr dem Geist vom Donnergrat geholfen habt. Geht mit Ehre. Ihr habt eure Sache gut gemacht, Gräumgar. Der Wind trägt den Lobgesang der Geister über euch mit sich. Mit der Zeit wird der Donnergrat zu einer neuen Oase erblühen, was sowohl dem Volk in Orgrimma als auch den Donnerechsen zugute kommt. Ihr habt euch den Segen des Landes verdient. Mögen die Ahnen über euch wachen. Ruhm und Ehre. Die begrüßen sich dann immer mit Ranke schön, oh boy. Ihr habt das Omgora erfolgreich abgeschlossen. Glückwunsch, Gräumgar. Nun ist es Zeit, dass wir feiern. Wir haben für alle hier Versammelten, also für alle hier Versammelten ein Festmahl zu euren Ehren vorbereitet. Geht und sonnt euch im Ruhm, den ihr euch verdient habt. Amüsiert euch. Falls sich diese Orks nicht benehmen können, erinnert sie ruhig daran, warum ihr auserwählt wurdet, diesen neuen Ritus zuerst zu durchlaufen. Unser Champion hat das Omgora bestanden. Lasst uns ein Festmahl ausrichten. Laktar. Yeah. Oh, Boss Magor? Der wollte auch auf den Kopf, oder was? Zu viel gefeiert. Schumerang. No way. Der Schumerang. Kann ich den auf alle hier schmeißen? Anscheinend nicht, ne? Schade. Das ist ja wild. Boom. Böse Netersturm-Flashbacks. Ah, und wie schön mit der Musik. Ah, das ist ja super nice, Mann. Ich will auch was vom Teller. Zack. Schön mitfuttern. Sehr, sehr cool. Habt ihr jetzt andere Dialogoptionen? Vermutlich nicht, oder? Misha kann immer noch gestreichelt werden. Ach, guck mal. Wer hier an einem Tisch sitzt. Aha, aha. Ah, Rexa, ihr seht stark aus. Ihr habt viel trainiert. Ja, ihr auch. Hahaha. Gutes erstes Gespräch, Männer. Sehr, sehr gutes Gespräch. Und hier hinten, was war da los? Ein ambitionierter Plantodauge. Deswegen möchte ich unseren Clan wieder vereinen. Ah. Okay, auch hier wird gesprochen über große, große Pläne. Nicht schlecht. So viel Gewusel durcheinander. Hier bei Rega. Habt ihr auch was zu erzählen? Mal gucken. Mal die einzelnen Tische abklappern. Die meisten, die ja durcheinander sabbeln, sind tatsächlich nur die Peons, die ein bisschen Bälle machen. Das hat Spaß gemacht. Ihr habt euren Standpunkt klargemacht. Ja, so ein Pfeil zwischen die Augen. Der ist ja immer ein bisschen effektiver. Die haben ja auch gemeint, sie wollen unbedingt mit Landtresor reden. Cool. Es tut gut, wieder beim Kriegstümmeln-Clan zu sein. Ich war nicht sicher, ob die Lebenden mich willkommen heißen würden. Na klar. Aber sicher, General, wenn es nach mir geht, seid ihr ehrenhaft gefallen und selbst untot führt ihr euren Dienst ehrenhaft fort. Ich esse mal euer Essen weg, Leute. Die Vergangenheit ist vorbei. Die Orks müssen weitermachen und voranstreben. Gemeinsam. Nice. Was habt ihr, Leckeres? Es wird ordentlich gehabert. Sehr nice. Oh, sie ist so ein bisschen alleine hier. Mehr essen für mich, denkt sie sich. Ihr solltet euch uns anschließen, Garona. Offiziell. Ihr könnt mich sogar um meine Position herausfordern, wenn ihr wollt. Wir brauchen mehr Orks mit euren Fähigkeiten. Los, töte mich. Töte mich. Ich habe mich daran gewöhnt, mich um mich selbst zu kümmern. Und daran nicht sehr willkommen unter den Orks zu sein. Zeiten ändern sich, wie man sagt. Abes im Bushido-Zitate droppen immer wild. So scheint es. Ich werde darüber nachdenken. Ja, auch Garona findet ihren Platz. Und sie haben eine eigene Kinderecke hier. Ja, auch den Kindern essen wir was weg. Wir sind der Asoziale. Ja, der Party-Schreck. Ja, mit dem Food macht die Prozente gut voll. Wen hatten wir noch? Das war hier die alte Garde. Unsere Rogues. Nasengrimm hatten wir. Rexa und Family hatten wir. Hier wird auch schön gesoffen und gequatscht. Na ja, dann. Na los, bekämpft mich Großkotz. Könnt ihr nicht sehen, dass wir uns unterhalten? Doch, aber das ist mir egal. Lasst uns kämpfen. Oh Gott. Schelle. Junge, wie ihr wünscht. Gut. Ariok. Ja. Er macht hier keine halben Sachen, wie es aussieht. Das war ja super. Oh mein Gott. Kann ich noch irgendwas triggern? Clan-Wieder-Verein? Ne, das sind dieselben Talks. Okay. Ja, dann futter ich euch. Den Rest jetzt auch noch weg. Dark Owl. Vielen Dank für den vierten. Dankeschön. Thaw. Nom nom. Steht fest, dass die Zukunft der Orks hier liegt. Ja, das haben wir auf jeden Fall alle mitbekommen heute, ne? Dar is so. Die besoffenen Orks sind jetzt auch nicht die größten Gegner. Und Boss Maguar. Das Koshark ist ohne Zwischenfall verlaufen. Ich glaube, diese Peons haben eine Pause verdient. Was meint ihr, Gräumgar? Seid ihr bereit, sie zur Feier einzuladen? Na klar. Zeigt, was ihr könnt. Nächstes Mal haben wir mehr für euch. Macht euch alle bereit. Es ist Zeit, dass die Peons die Feier aufmischen. Geil. Oh, in der Form aufmischen. Ich dachte, die machen jetzt irgendwie so ein Cheerleader-Programm und eine Pyramide oder was auch immer. Naja, liebe Peons. Dann gibt es jetzt massiv auf die Phrase. Schuhsturm. Oh nein, er ist unbesiegbar. Kann ich den kontern mit dem Schumerang? Kann ich tatsächlich. Ja, Mann. Ach, ist ja herrlich. Ist das herrlich. Da gab es ja auch nochmal ein Spielzeug, ne? Dann in WOD bei diesem Rare in der uninstanzierten Höllenfeuer-Zitadelle. Ich glaube, auch Sealer-Lehm-Klump war das in dem Fall. Der hatte dann auch so einen Schumerang. Ich glaube, sogar eine geupgradete Version. Als Beute fallen lassen können. Richtig nice. Und da ist er im Eimer, der Boss. Habe ich die Peons gekillt? Ne. Die haben nur mehr Schumerangs fallen lassen. Ne. Ist ja super. Alle suchen ein bisschen Stress. Und Familie Thrall, für die ist auch gesorgt hier. Lokta. Ja. Ich denke, es wird Zeit, diese Feier zu beenden. Man kann es schließlich auch übertreiben. Was? Lasst Ehre euch den Weg weisen. Akar Magosch. Das Kuschark war ein voller Erfolg. Und das haben wir zum großen Teil euch zu verdanken, Gräumgar. Jetzt muss nur noch Agra die Zeremonie leiten, die das Fest offiziell beendet. Ich würde gern ein paar Worte sagen, bevor die Menge sich wieder zerstreut. Es gibt ein paar Dinge, die schon lange gesagt werden müssen. Für Azeroth. Dank euch allen, dass ihr uns ehrt, indem ihr hier seid. Als unser Volk von Draenor nach Azeroth kam, lag ein steiniger Weg vor uns. Auf dem Weg haben wir viele alte Traditionen verloren. Es wird Zeit, uns der alten Riten zu erinnern und unser Erbe. Stolz mit neuen Traditionen zu ehren. Dieser Champion hat das neue Omgora zuerst absolviert. Mögen kommende Generationen dem Vorbild folgen. Loktar. So geht das erste Kuschark von Azeroth zu Ende. Mögen die geehrten Ahnen bis zum nächsten Treffen über uns wachen. Trenner. No way. Wow, das war die Schwester. Wow, okay, damn boy. Da bringen sie einfach noch so eine Schelle. Ich hasse es nicht. Ach, wie cool. Ich hoffe, das wird jetzt ein Mikrofeiertag, der einmal im Jahr ist oder so. Das wäre ja big. Hast du jetzt noch eine neue Option? Loktar. Anscheinend nicht. Wow, ich wünschte, meine Schwester wäre hier, um das zu sehen. Und das war sie einfach. Das war sie. Zieht in Ehren. Für unser Volk ist ein neues Zeitalter angebrochen, Gräumgar. Ich hätte mir nie ausmalen können, was dabei herausgekommen ist, euch an meinen törichten Streben zu beteiligen, ein ausgestorbenes Fest wiederzubeleben. Wir haben diese Rüstung extra für euch anfertigen lassen. Ihr habt sie euch mehr als verdient. Ein Hoch auf Gräumgar, Champion der Orks. Leipzig. Interessant. Nice one. Und alle schreien sie mit. Wie cool. Nur die ganzen Saufwütigen, die liegen jetzt vermutlich im Gaststaus und müssen ausnüchtern. Ja? Geil. Das war eine der besten Questreihen, die ich, glaube ich, je gespielt habe, weil die hatte im Grunde alles, was ich mir hätte wünschen können. Sogar Mannkrieg. Hahaha. Selbst Mannkrieg. Wahnsinn. Tradition Drenurs. Ah, fancy. Das ist aber auch wirklich eine geile Rüstung, ne? Mit den Farben. Sieht ja fast so aus wie meine, die ich jetzt trage hier. Die müssen wir natürlich gerade mal noch moggen. Wo ist Sekan? Der sollte doch auch noch einen Dialog haben. Ist das so? Freunde, der Krummel, machen Sie ein gutes Geschäft. Als Troll beim Orkfest? Weiß ich nicht. Alles gut auf euren Reisen. Weiß ich nicht. So, wo sind die denn? Ganz hinten in der Regel, oder? Ja, hier sind sie. Die Traditionsrüstungen. Sehr, sehr cool. Oh, wait a second. Das ist ja mega geil einfach. Wow. Okay, die ist cool. Die ist cool. Die sieht sogar jetzt live ein bisschen besser aus als auf den Bildern. Vielleicht haben sie die auch nochmal ein bisschen fein geschliffen. Anfangs fand ich die gar nicht so cool, aber jetzt hier? Ey, sogar der Helm geht ja fit, ne? Mega nice, Mann. Feier ich. Bam. Da ist er. Mögen eure Füße gute Pfade finden. Ende des Koshak. Das Koshak ist offiziell zu Ende. Bald werden die Orks Klingenhügel verlassen. Achso, das ist jetzt nur nochmal so eine letzte Möglichkeit hier zu quatschen. Und ein Spielzeug haben wir auch. Das Clan-Banner. Warte mal. Clan-Banner. Da ist es. So. Ah ja. Ja, ist eine coole Nummer auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut mit der Rüstung. Viel Glück allen Freunden der Grumme.